Einen wunderschönen guten Morgen zur 171. Fraktionssitzung der Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen oder auch gerne im Stauland NRW. Es gab einige Verspätungen, deswegen fangen wir jetzt auch erst an. Schöne Grüße an Coesfeld. Hallo Coesfeld. Hallo Danebord. Wir haben relativ große und volle Tagesordnung, leisten wir uns heute mal. Und von daher steigen wir doch mal direkt mit Top 0 ein, der Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Abstimmung über nichtöffentliche Teile. Einmal kurz die Beschlussfähigkeit. Ich sehe, wir sind 10. Nummer 11 ist auch schon aufgeschlagen, ist sofort wieder da. Und dann gehe ich mal kurz in die nichtöffentlichen Bereiche. Mitarbeiter öffentlicher Teil, Wahlordnung, Arbeit in der Fraktion. Eventuell wird das geschoben. Da gab es nämlich noch eine Gastanmeldung zu Bundesversammlung. Ganz kurz von meiner Warte aus zwei, drei technische Infos über Abläufe, weil es auch ein Thema noch mal kurz letzte Woche war. Sonstiges, falls noch Wünsche sind. Zwei Minuten. Dann im nichtöffentlichen Teil gibt es zwei Personalien. Und da, falls noch Wünsche sind, im nichtöffentlichen Teil, falls es da jetzt was gibt. Im Augenblick haben wir mal definiert, grob 95 Minuten. Ich hoffe, wir schaffen das, weil so viel ist. Gibt es noch weitere Wünsche auf die Ergänzung der nichtöffentlichen Teile? Das ist nicht der Fall. Von daher würde ich sagen, wer für die Festsetzung von nichtöffentlichen Teilen in einer Länge von ungefähr 95 Minuten ist, der möge dies kurz mit Handzeichen signalisieren. Spricht sich jemand dagegen aus? Enthält sich jemand? Dann ist das einstimmig. Vielen Dank. Dann ist das so angenommen. Top 1. Genehmigung des Protokolls der 170. Sitzung von Pfand vom 22.11. Gibt es, wie aus der vorvergangenen Woche, eventuell noch ein, zwei Anmerkungen, Änderungswünsche? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich darüber abstimmen lassen. Wer das Protokoll genehmigt, möge dies bitte kurz per Handzeichen signalisieren. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Eine Enthaltung. Vielen Dank, Olaf. Kein Problem. Von daher ist das Protokoll so angenommen. Und wir können dann weitergehen zu Top 2, Bericht der Pressestelle und der Öffentlichkeitsarbeit. Punkt zum Punkt. Ja, wir werden heute, wie ich eben mit Moni auf dem Weg hier runter besprochen habe, etwas zur erfolgreichen Einreichung der Unterschriften der Initiative G9 machen. In der letzten Woche war die Presse auf niedrigem Niveau konstant. Gebracht wurden unsere PMs für das K-Office. In der Tat, nicht riesengroß, aber immer in den lokalen Teilen. Wenn ihr die Presseschau verfolgt, werdet ihr das bemerken, dass da immer wieder was drin ist. Wir haben es im Bereich Social Media geschafft, bei Nicht-Piraten ein wenig mehr Aufmerksamkeit zu erzielen. Nicht ganz so, wie wir es gewollt hatten, aber trotzdem für uns gut. In dieser Woche werden wir uns für das Plenum entscheiden, was PMs angeht. Natürlich Haushalt, gar keine Frage. Wir werden uns mit der großen Anfrage Bertelsmann beschäftigen. Dazu haben wir einige Journalisten, drei, zwei, drei, vier, ich weiß gar nicht genau drei, persönlich eingeladen und darauf aufmerksam gemacht und denen noch eine Betreuung versprochen. Sprich, ich werde mich dann um die kümmern. Wir haben gestern dazu, hatte Joachim ein längeres Gespräch mit einer regional bedeutenden Rundfunkanstalt, die hier gar nicht weit weg ist. Und deshalb werden wir dazu natürlich was machen, weil... Die dazu nichts machen werden, weil der Research-Aufwand so hoch ist. Okay. Was wir eben gestern... Sie schwatzt. Was wir zum Beispiel gestern festgestellt haben, ist, dass bei Anfragen an die Landesregierung vier von fünf Anfragen direkt von Avato bedient werden. Die erreichen die Landesregierung gar nicht. Das finden wir eine ganz interessante Petitesse. Das ist diese technische Dienstleistung, von der die Landesregierung in der Antwort spricht. Nur mal so. Um mal Aufmerksamkeit bei den Piraten. Dann werden wir was zu Polizeidateien machen, wollen, tun. SKB. Wer? SKB. Wie die mit Vornamen heißen, weiß ich nicht. Aber das sagst du mir dann, ich kriege ja Zulieferung. Rechtzeitig. Einen Tag vorher, Herr Frank. Nein. Aber du hilfst mir dabei, bitte. Jetzt hat er mich rausgekommen. Ach so. Und ein allerletztes. Wir haben uns spät entschlossen, aber doch, wir werden Weihnachtskarten verschicken an Partner, Gewohnte und so weiter kennen wir. Das Kreativteam hat sich darum schon gekümmert. Ihr werdet heute von Jonas eine E-Mail bekommen mit einem Link, wo ihr für euren Bereich das nochmal ganz kurz checkt, sofort eigenständig ändert. Donnerstag 12 Uhr ist der Aktualisierungsprozess für uns dann abgeschlossen. Wir haben alle die Zeit jetzt. Und dann ist die Liste dicht. Und das ist also Stand, Donnerstag 12 Uhr geht raus, egal wie das ist. Wenn ihr weitere Sachen habt, müssen wir nicht hier klären, kommt direkt an mich. Ob ihr noch Karten extra braucht, weil ihr welche selber anschreiben wollt und so weiter. Darüber könnt ihr dann mit mir sprechen und bestelle ich halt welche mehr. Das war es von mir und von der Pressestelle. Vielen Dank, Mario. Diesbezüglich würde ich dann erstmal kurz weitergeben an Tina. Ich habe gerade schon mal gesehen, Wortmeldung von Muni als Rückfrage. Tina, bitte. Thema Car-Office. Das Car-Office ist heute in Coesfeld, morgen in Bergheim, am Donnerstag in Oberhausen und am Freitag in Essen. MdL sind willkommen, wobei Plenum wird schwierig. Okay, danke, Tina. Ich kläre das bitte. Also ihr klärt das dann nochmal intern, weil Mario hatte das ja auch gerade angeboten, nach dem Motto, wenn da noch was ist, dann direkt schnappen. Also nochmal zur Erinnerung. Weihnachtskarten, guckt nochmal in eure Lobbyverteiler. Daniel, bitte. Ja, zum Car-Office. Irgendwie funktioniert nach wie vor der Abstimmungsprozess nicht. Also weder mit mir als Abgeordneter, noch mit mir gegebenenfalls als Kreisvorsitzender, beziehungsweise dann Basispirat. In Münster zum Beispiel hat keiner, also keiner aus dem Kreisverband vom Car-Office frühzeitig gewusst. Also irgendwann wusste ich, hatten wir mal einen Gedanken oder gab es mal einen Gedanken, aber dann steht das Car-Office plötzlich da. Für mich persönlich, dann gerade auch eben im Kreisverstand, ich finde das peinlich. Weil ich auch ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ich mich da dann verhalten soll, dass dann irgendwann auch so meine Loyalitätsgrenze gegenüber der Fraktion überschritten. Vielen Dank, Daniel. Es steht auf der Tagesordnung Top 8 Car-Office. Ich würde alle Anwesenden bitten, solange einmal kurz die Füße stillzuhalten, denn auch dem Vorstand ist es natürlich bewusst, dass es da immer wieder kleinere Probleme gibt. Und halt in dem Zusammenhang würden wir das ganz gerne auch nachher kurz thematisieren. Danke für den erneuten Hinweis. Gibt es weitere Rückfragen an die Pressestelle und an den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit momentan? Okay, dann würde ich sagen, können wir weitergehen zu Top 3, Bericht des Fraktionsgeschäftsführers. Hartmut, bitte. In dieser Woche, und zwar in Essen und in Oberhausen, wird das letzte Verfassungsbarometer abgefragt. Damit haben wir sechsmal das Kernthemenbarometer gemacht, dreimal das Verfassungsbarometer und damit ist diese Erhebung abgeschlossen. Und die Gesamtergebnisse würden dann nochmal zusammengefasst und präsentiert. Wir haben in der nächsten Woche jetzt vereinbart im Vorstand, dass wir die Präsentation von Rheingold, da haben ja die Gruppendiskussionen in Köln stattgefunden, einige waren ja auch dabei. Die Ergebnisse der qualitativen Analyse werden uns präsentiert in der Fraktionssitzung am 6.12. und zwar so gegen 12 Uhr wird es beginnen. Dazu würde ich jetzt heute auch noch einladen, wenn da nichts gegen spricht, die persönlichen Mitarbeiter der Abgeordneten und auch die Referenten. Es wird noch eine Vorbesprechung dazu geben, da bin ich noch im Gespräch, wann die stattfinden wird. Dann ein letzter Hinweis, die Plattform Verfassungspiraten ist bestückt worden, jetzt mit sämtlichen Ausführungen von Doktoranden und wissenschaftlichen Mitarbeitern und Professoren, die hier an den zwei Kolloquien teilgenommen haben. Das Ganze wird dann noch verlinkt mit der Homepage, sodass die Verfassungspiraten inhaltlich die Plattform ebenfalls sehr gut gefüllt ist. Das war's. Gibt es Nachfragen zum Bericht von Hartmut? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zum nächsten Top, und zwar Top 4, Bericht des Vorstandsreferats aus den Kernarbeitskreisen. Wir haben mit dem Thema heckbare Ampeln, waren aber der Meinung, dass wir das eigentlich gut bedient haben, das Thema IT-Sicherheitsinfrastruktur. Und es ist nur erstaunlich, wie gut dann andere da in dem Thema vertreten sind. Wir hatten dann noch mal über die ganze Haushaltsthematik gesprochen. Die ganze Haushaltsthematik, die keine Ahnung haben, die Kriminalisierung ist nicht möglich. Naja, ist trotz alledem interessant. Leute, die keine Ahnung haben, können wir gerne so festhalten. David hat noch mal geklärt oder angemahnt oder angedeutet, was noch fehlt an Haushaltsänderungsantragen, was kommt. Das ist aber, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt auf dem Weg. Ich hatte noch mal mit den Leuten gesprochen. Deadline war gestern, heute sollten die Anträge eigentlich alle eingegangen sein. Gleichzeitig war noch mal, und das geht auch noch mal an alle, der Entschließungsantrag vom letzten Mal wird noch mal überarbeitet. Da bittet David dringend um die Rückmeldung dazu, was geändert werden soll, was aktualisiert werden soll. Oder auch die Rückmeldung, wenn es keine notwendigen Änderungen gibt. Das hat der David aber noch mal kommuniziert und sollte eigentlich auch laufen im Thema Haushalt. Wir hatten dann eine längere Diskussion, die finde ich tatsächlich interessant. Ich würde sie aber jetzt gerne nicht hier öffentlich weiterführen über die Thematik in Schleswig-Holstein. Der Landesverband Schleswig-Holstein möchte zusammen mit einem Verein, der sich gegen Wind, SH, gegen Wind Schleswig-Holstein nennt, eine Volksinitiative starten, um Bürgervoten bzw. Gemeinderatsentscheidungen gegen Windparks verbindlich zu machen. Die Rechtslage in SH ist derzeit beim Ausbau der Windenergie ein bisschen kompliziert. Das würde jetzt, denke ich, zu weit führen. Ich finde es nur problematisch, diese Herangehensweise. Es erscheint mir so ein bisschen auch populistisch auf eine Karte zu setzen, die aber für die Energiewende aus meiner Sicht kontraproduktiv ist. Ich möchte das nur mal hier reinbringen, das Thema, weil wir uns als Landesverband, denke ich, sehr stark für die Energiewende positioniert haben. Es wird zunehmend schwierig, bestimmte Projekte durchzusetzen. Und in dem Zusammenhang, finde ich, sollten wir hier im Fachbereich Energie auch mal darüber reden, wie wir damit umgehen, vielleicht auch mal auf Parteiebene das thematisieren. Ich denke, es geht in beiden Bundesländern gleichermaßen auf den Wahlkampf zu. Energiepolitik wird ein Thema sein. Und meines Erachtens muss man sich damit beschäftigen, wie da andere Landesverbande herangehen. Das war es erstmal von meiner Seite. Danke. Tom, wolltest du noch? Du warst gerade so eager to speak. Gut, gibt es Nachfragen? Mario. Zu dem Letzten. Das Prima hat ja das gestern, glaube ich, rumgeschickt. Diese Marina steht ja vor der Tür. Und das ist, glaube ich, perfekt da und dort. Das ist da wirklich gut angesiedelt. Vielleicht sollte man dann überlegen, ob man sich im Vorfeld mal spricht, wer da hingeht, um genau den Teil klarzukriegen. Nur mal so als Anregung. Anregung war Ende Januar, glaube ich, ne? Genau. Es ist, denke ich, ein bisschen spät für mich. Aber trotz alledem, ich wette, wenn das möglich ist, hinfahren. Marina Kassel ist sicherlich der Austausch auf Vorstandsebene, der geeignet wäre, das zu thematisieren. Vielleicht wäre es trotzdem gut, das vorher mal anzugehen. Aber okay, danke für den Hinweis. Gibt es weitere Nachfragen? Oder Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, und zwar Top 5. Vorbereitung der Plenarsitzung am 30.11., 1.12., 2.12. Was? Oh nein, ich habe noch einen Top 4. Wie komme ich von Top 3 auf Top 5? Der Daniel möchte Wettejugendringen mit den Landtagsfraktionen. Daniel wird einen Sachstand dazu rausgeben. Das ist interessant, das lese ich gerade hier im Pad. Kleiner Hinweis, wäre schön, wenn der Vorstand so etwas montags bespricht, da auch irgendwie kurz nachzufragen. Dann gebe ich natürlich gerne auch einen Sachstand. So habe ich natürlich keinen Sachstand, weil ich nicht darauf vorbereitet bin. Aber das macht nichts. Wir können gerne darüber reden. Soweit ich weiß, ist da der Rückfluss an Infos etwas mager bis jetzt. Es gibt nur zwei oder drei MDL, die sich überhaupt an mein Büro gewandt haben, um Unterstützung gebeten haben. Haben die anderen alle schon Termine vereinbart? Wenn ja, das müssen wir jetzt nicht hier machen, würde ich euch einmal um eine kurze Rückmeldung bitten, weil auch der Landesjugendring selber nachgefragt hat, wie bei uns so der Stand der Dinge ist, weil die natürlich keinen globalen Überblick haben. Den kriegen wir besser hin, als die das machen. Also Landesjugendring, die Wette, Junges NRW, ihr erinnert euch, wenn ihr schon an Veranstaltungen teilgenommen habt oder feste Termine vereinbart habt, bitte eine kurze Nachricht. Wenn ihr noch nichts habt, ebenfalls eine kurze Nachricht, dann wird euch da geholfen. Das Ganze koordiniert der Andreas und steht dafür als Ansprechpartner zur Verfügung. Gibt es Nachfragen dazu? Ich habe den Frank. Ich wollte nur fragen, ob die Infos von dir, also wenn man sie an dich gewandt hat, ob die dann auch im Blog kommen, wenn alle angefragt haben. Weil ich habe vor vier Wochen angefragt, hat man nichts gehört. Also, soweit ich weiß, also ich kann mich erinnern, dass Diana angefragt hatte. Soweit ich weiß, ist ihr eine Webseite mitgeteilt worden. Aber das müssten wir über den Andreas klären. Ich mache das nicht selber. Ja? Sprechen wir gleich? Okay. Gut. Gibt es weitere Fragen dazu? Wenn nicht, meldet euch bei Daniel. Jetzt bin ich auch im richtigen. Top 5. Ich war nämlich gerade im Top 5 der Vorstandssitzung. Aha, falsches Pad auf. Vorbereitung der Plenarsitzung am 13.11., 1.12., 2.12. Wie immer gehen wir dazu ins Plenarpett und beginnen am Mittwoch. Wenn ihr irgendwas habt, meldet euch bitte kurz. Wir fangen an am Mittwoch mit dem ersten Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Land Nordrhein-Westfalen. Dann muss ich das jetzt, ist das für jetzt wichtig? Dann muss ich das ganz kurz eben... Okay, also Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2017. Das Haushaltsgesetz 2017, ein Gesetzentwurf der Landesregierung mit einer Ergänzung und der Finanzplanung 2016 bis 2020 mit Finanzbericht 2017 des Landes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit dem Gesetz zur Regelung der Zuweisung des Landes an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2017, das Gemeindefinanzierungsgesetz und einer Ergänzung. Dazu gibt es eine Debatte wie immer. Und zwar erstmal eine Grundsatzdebatte. Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans und so weiter in Verbindung mit Einzelplan 20 und 12 und der Finanzplanung 2016 und Finanzbericht 2017. Da haben wir Referenten eingetragen, es redet der Nico und wir haben eine Gesamtablehnung ohne Zielrichtung. Die Zielrichtung ergibt sich ja aus den Einzelplänen. Einzelplan 11, Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales. Vorgeschlagen ist, dass geredet wird in folgenden Abschnitten. Einmal Arbeit, Soziales, berufliche Weiterbildung und einmal Integration. Es würden reden Thorsten und Simone. Ja, bitte. Ich habe das schon als Wortmeldung aufgefasst. Der hätte schnipsen müssen. Nee, stimmt. Ich lasse es schnipsen. Entschuldigung. Das vermehrt das. Danke. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, haben wir darüber gesprochen, auf fachlicher Ebene, dass Simone den kompletten 10-Minuten-Rede-Slot übernimmt, weil wir auf Landesebene eh nur durchgeleitete Gelder haben aus EU- und Bundesebene und leider macht die Landesregierung da eh nichts. Das Einzige, was aktuell gut läuft oder was anfängt zu laufen, ist die Integrationsgeschichte. Und da hat Simone einfach die besseren Karten und den meisten Input. Deshalb 10 Minuten. Simone war die letzte Absprache. Gut. Von den anderen Fraktionen wird es zwei Redner geben, aber das macht uns ja dann nichts. Einfach nur... Gut. Ich weiß nur sagen. Gut. Wenn wir Arbeit und Soziales dann nicht machen, machen wir mal 10 Minuten. Integration mit Simone. Und berufliche Weiterbildung. Arbeit, Soziales, berufliche Weiterbildung. Alles inklusiv. Alles klar. Einzelplan 14 als nächstes. Das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk. Da redet Joachim. Es gibt einen Redeblock. Die FDP redet zweimal. Naja. Joachim redet. Vielleicht rede ich auch zweimal. Mal gucken. Also insgesamt 10 Minuten. Einzelplan 10, auch 10 Minuten. Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz. Da redet der Danebot. Die FDP redet zweimal. Einmal zur Jagd und einmal zum Rest. Bitte? Wir können testen, ob er da ist. Gut. Dann kommen wir zum Einzelplan 15. Ministerium für Gesundheits, Emanzipation, Pflege und Alter. In Verbindung mit einem Antrag. Investitionsprogramm für mehr IT und Patientensicherheit in NRW. Die Landesregierung muss 600 Millionen Euro in die digitale Infrastruktur der Krankenhäuser investieren. Das ist unser Antrag. Es redet der Daniel die 10 Minuten. Ein eigener Antrag natürlich zur Stimmung. Der Einzelplan wird abgelehnt. Die FDP redet, beziehungsweise geplant von den anderen ist, in zwei Blöcken zu reden. Einmal Gesundheit, Pflege und Alter und einmal Emanzipation. Daniel, bitte. Ja, das wäre meine Frage, weil bislang stehe ich da alleine drin. Ich kann das gerne im Gesamten verfrühstücken, aber ich vermute, dass Grumpy oder Birgit, ich weiß nicht, wer dazu auch einen Slot haben möchte. Deswegen, weil ja im Anschluss, also tatsächlich die Kritik am Land hat sich an der Stelle nicht geändert. Es ist nach wie vor so, dass halt vor allen Dingen die Gesamtstrategie im Land fehlt. Das jetzt nur beständig zu wiederholen, weiß ich nicht, ob es sich tatsächlich lohnt, dafür eine weitere Rednerin aufzustellen, weil wir kommen ja dann später nach den eigentlichen Beratungen zum Landesgleichstellungsgesetz im Anschluss. Von daher, glaube ich, wäre das nicht unbedingt nötig. Aber zur Not steht der Gleichstellungsausschuss auch gerne noch einmal zur Verfügung, um auf diese üblichen Probleme der mangelnden Regelfinanzierung hinzuweisen. Eine Minute, Wiederholung verfestigt. Gut. Also, Absprache ist, eine Minute Grumpy, neun Minuten Daniel. Zwei Minuten Grumpy, acht Minuten Daniel. Macht eben, damit wir es festhalten können. Ich rede die restliche Zeit, die da zur Verfügung ist. Alles klar. Ja, damit wir es protokolliert haben, hätte ich das dann gerne. So. Einzelplan 02, Ministerpräsidentin und Staatskanzlei. Jetzt gucke ich hier eben auf den Plan. Bei den anderen ist geplant, drei Redeblöcke, sind 15 Minuten, also wahrscheinlich dreimal fünf. Ministerpräsidentin und Staatskanzlei, Europa und eine Welt und Medien. Haben wir nicht Kultur- und Medienausschuss? Also, das haben die nicht mitbekommen. Ist okay. Seit vier Jahren. Gut. Wir haben für Europa und Internationales und Lukas für Medien. Bleibt Ministerpräsidentin und Staatskanzlei. Da haben wir nichts. Ja, was sollen wir da sagen? Feuer! Kommt mit! Keine Vision! Soll Drogen nehmen! Nicht zu teuer, haben zu viele Externe. Ja, da saugen wir uns dann mal noch was aus den Fingern zur Ministerpräsidentin und Staatskanzlei. Ihr seid dasselbe wie letztes Jahr. Wenn wir schon Kritikpunkte finden, dann muss hier nichts aus den Fingern sagen. Sie sagen nicht auf die Straße. Ja, kriegen wir hin. Ähm, Mario. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Frau Kraft hat gestern Abend verkündet, sie wüsste schon, wer der Kanzlerkandidat der SPD wäre. Vielleicht kann man das irgendwie einbauen, dass die interne Kommunikation der SPD nicht läuft. So als Anregung. Aber das ist nicht, Frau Kraft, gar nicht. Es wird die Hälfte der Zeit im NEP geben. Und dann bis zum Medien. Ja. Es wird leer, ne? Natürlich. Auch total spannend. Also jetzt nochmal hier für mit Stream und mit Mikrofon. Die letzten viereinhalb Jahre waren dermaßen visionslos und ohne Zug nach vorne. Also ich will jetzt dieses blöde kraftlos Wortwitz nicht bringen. Aber es war nichts. Da gibt es genug Kritikpunkte. Und zwar völlig egal, in welchem Themengebiet. Ob das LEP, ob das Medien, ob das sonst was ist. Hier geht es einfach nicht nach vorne, sondern nur rückwärts. Hau rein. Du schaffst das. Ich frag dann nach dem Neubau der Staatskanzlei in Güters. Übrigens, wenn wir grundsätzlich zur SPD reden. Kleines Demokratiedefizit. Hatten die eigentlich schon eine Aufstellungsversammlung? Ich finde schon schön, dass der Präsident des EU-Parlaments jetzt schon sagen kann, vor der Aufstellungsversammlung der SPD, dass er als Nummer eins der Landesliste für die Bundestagswahl ins Rennen geht. Interessantes Demokratieverständnis. Das hier auch nochmal mit Stream, weil Dirk gerade sagte, er möchte. Nein, das hat er genau nicht gesagt. Er hat bei seiner Rede gesagt, er geht als Nummer eins der NRW-Landesliste in die Bundestagswahl, Martin Schulz. Aber das können die doch gar nicht vorentscheiden. Ja, guck mal an. Was? Dreckspack. Aber wir haben doch festgestellt, das mit den Wahlen ist doch auch teilweise schlecht. Allgemeines Gemurmel. Irgendwas mit SPD. Du hast nur 40% überzeugt. Ich sage das nur für den Stream, weil ihr habt ja alle eure Mikros aus, wenn ihr hier so. So, fertig? Mit SPD-Washing? Ich frage nur. Ja gut, so viel Zeit haben wir nicht, aber ich dachte, es geht um uns. Richtig. Martin Schulz, der alte Pirat. So, weiter geht's. Einzelplan 9. Ministerium für Bau- und Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr. Zehn Minuten Redezeit. Geplant ist von den anderen Bau- und Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr. Getrennt. Wir haben auch zwei Redner. Einzelplan, Bau- und Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr. Das UND war hier ein trennendes UND, kein zusammenführendes. Einzelplan 4. So, Einzelplan 4, Justizministerium. Da redet der Nico fünf Minuten, die anderen Planen nichts aufzuteilen. Justiz und Ministerium oder so. Einzelplan 6. Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung. Über den gesamten Einzelplan wird gesamt geredet. Wir haben zwei Redner, Joachim und Oliver. Kurze Anmerkung, Michel. Ja. Das hatte ich eingetragen, weil ich noch keine Rückmeldung bekommen hatte, wer von den beiden dazu reden möchte. Ah, dann ist ja jetzt Zeit für Wortmeldungen, bevor ich zum nächsten Einzelplan gehe. Gut, wir streichen den Oliver. Und dein Handy vibriert. So, also Joachim, Redezeit 10 Minuten. Dann kommen wir zu Einzelplan 5. Ne, Quatsch, wieso steht hier 5? Da steht 13. Ach so, ja klar. 13 Landesrechnungshof, 01 Landtag und 16 Verfassungsgerichtshof ohne Debatte. So, das ist der erste Tag, was die Haushaltsberatung angeht. Dann kommt Top 2. Top 3, Gesetz zur Neuregelung des Gleichstellungsrechts, ein Gesetzentwurf der Landesregierung. Wir haben eine Referentin, einen Redner und eine Abstimmungsempfehlung in der Zielrichtung. Top 3, Gesetz zur Änderung des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen, ein Gesetzentwurf der Landesregierung. Wir haben Referent und Redner, uns fehlt eine Abstimmungsempfehlung und eine Zielrichtung. Gut. Für das Protokoll, ich frage gleich nach, Nico ist ja gerade noch nicht da und ich schnappe mir gleich mal einen Gerhard. Gut. Vier, drittes Gesetz zur Änderung des Ordnungsbehördengesetzes, ein Gesetzentwurf der Landesregierung. Wir haben einen Referenten, einen Redner, eine Abstimmungsempfehlung und eine Zielrichtung. Nein, wir haben keine Zielrichtung. Wir haben eine Frage als Zielrichtung. Tu mal mit Mikro. Ja, das ist schon bewusst als Frage formuliert, deswegen ja auch Enthaltung, weil man halt das so und so sehen kann. Zum einen ist der Antrag jetzt nicht so kritisch, dass ich sagen würde, man muss ihn auf jeden Fall ablehnen. Zum anderen kann man aber eben genau diese Frage stellen, wie das denn genau ausgestaltet werden soll in der Praxis. Von daher Enthaltung und von daher auch als Frage. Und das ist halt auch eben die Zielrichtung, die ich in der Rede halte, dann entsprechend anschlagen werde. So, jetzt haben wir eine Zielrichtung. 5. Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung des Mittelstands in Nordrhein-Westfalen, Mittelstandsförderungsgesetz, ein Gesetzentwurf der Landesregierung. Wir haben Redner, Referent, Abstimmungsempfehlung und eine Zielrichtung. 6. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Vergabe von Subventionen nach Landesrecht, das Landessubventionsgesetz, ein Gesetzentwurf der Landesregierung. Auch hier Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung, wobei die Zielrichtung diesmal aus vier Worten besteht, aber naja. 7. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Industrie- und Handelskammern im Lande Nordrhein-Westfalen, IHK-Gesetz, Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung haben wir. 8. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, ein Gesetzentwurf der Landesregierung, auch hier haben wir einen Referenten. Wer redet? Daniel oder Olaf? Kurz der Hinweis, wir haben einfach sicherheitshalber, in dem Fall, weil es noch keine Rückmeldung gab, Daniel und Olaf mal eingetragen. Wer möchte? Du hast mich ja vorhin gerade schon darauf angesprochen. Ich fände es sehr gut, wenn ich bei diesem Plenum nicht reden müsste. Ich würde mich sehr darüber freuen. Gut, dann haben wir als Redner Daniel, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung sind eingetragen. Das 9. Gesetz zur Änderung der gesetzlichen Befristung im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales, ein Gesetzentwurf der Landesregierung. Referent, Redner, geänderte Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung sind eingetragen und der Frank hat sich gemeldet. Genau, total wichtiges Gesetz und nur damit es da nicht zu Irritationen kommt, wegen der Änderungen nachher im Plenum, kurz eine Info dazu. Es werden zwei Berichtspflichten gestrichen im Kommunalwahlgesetz und im Datenschutz und zum Datenschutzgesetz, jetzt zum Ende des Jahres, sollte da berichtet werden. Das Gesetz sieht vor, das zu streichen. Wir haben einen Bericht angefordert, wir haben zu beiden Gesetzen einen Bericht im Ausschuss bekommen. Der zum Kommunalwahlgesetz war, fanden wir ausreichend, deswegen haben wir uns dann im Ausschuss dazu enthalten. Der zum Datenschutzgesetz war, fanden wir nicht ausreichend, deswegen haben wir das im Ausschuss abgelehnt. In der Summe würde ich daher dieses Gesetz auch aus grundsätzlichen Erwägungen, weil wir Berichte ja immer für sinnvoll halten, vor allen Dingen, wenn sie im Gesetz stehen, die auch zu machen, würde ich halt dieses Gesetz ablehnen wollen. Ja, weil einfach die Pflicht zu streichen, kein Weg ist. Ich hoffe, das war ausreichend, gibt es Fragen? Ich ergänze kurz, das ist das einzige Gute, was Schwarz-Gelb hier gemacht hat, dass Sie in jedes Gesetz reingeschrieben haben, dass das evaluiert werden soll. Vielleicht wussten Sie, dass Sie nicht mehr an der Regierung sind, sobald Sie dann wirklich evaluieren müssen. Aber sei es drum. Also Rot-Grün macht das jetzt nicht, sondern streicht häufig einfach für den Stream einfach nochmal, streicht häufig einfach diese Evaluierungsphase, also diese Evaluierung aus den Gesetzen wieder raus und evaluiert dann nicht. Das ist ein großes Problem. Frank. Ja, du sagst nämlich gerade etwas und das ist eigentlich total wichtig, du sagst Evaluierung. Evaluierung ist sicherlich eine große Geschichte, die auch einigen Aufwand bedarf. Ein Bericht ist eigentlich wesentlich kleiner und es ist tatsächlich in der Regel eine Berichtspflicht drin. Evaluierung ist in einigen Fällen drin, dann ist das aber besonders benannt. Der Bericht kann auch kürzer sein. So wie jetzt halt hier zum Kommunalwahlgesetz geschehen, der halt einfach ein paar Dinge, die in den letzten fünf Jahren gewesen sind, zusammenfasst und damit ist gut. Also nicht ein Riesenaufwand, deswegen können Sie auch bleiben, diese Berichtspflichten. Und den Unterschied zur Evaluierung wollte ich nur nochmal deutlich machen. Dose? Ja, was Frank sagt, möchte ich noch bestärken. Die Evaluationen sind teilweise sehr umfangreich und hauptsächlich interessant für den Gesetzgeber an solchen. Die Berichtspflichten und die Berichte, die bei diesen Geschichten dabei rumkommen, sind erheblich kürzer und erheblich einfacher zu lesen. Das bringt auch den Menschen außerhalb dieses Parlaments die Sinnhaftigkeit oder die weniger Sinnhaftigkeit eines Gesetzes viel näher. Deshalb diese Berichtspflichten zu streichen, koppelt dieses Parlament mal wieder ein Gutstück von den Menschen, für die dieses Parlament eigentlich arbeiten soll, ab. Und das ist Käse, nicht bewegen. Das sieht man nicht, Herr Strieg. Das ist Bad Hair Day und bei mir sowieso jeden Tag. Von daher, also es ist absolut sinnfrei, diese Berichtspflichten zu streichen. Hat Frank völlig recht. Gerade die Berichte sind noch erheblich wichtiger in meinen Augen als die Evaluation. Okay, gibt es weitere Anmerkungen zu Berichtspflicht, Evaluation und so weiter? Nein, du antwortest jetzt nicht mit meiner SMS hier. Mensch. 10. Gesetz zur Ratifizierung des Staatsvertrags über die gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung vom 21. März 2016 zur Änderung des Gesetzes über die Einrichtung einer Stiftung für Hochschulzulassung und zur Änderung des Gesetzes über die Zulassung zum Hochschulstudium in Nordrhein-Westfalen. Hochschulzulassungsstaatsvertragsgesetz. Da kommen auch wenige E's drin vor, das ist gut. Aber viel S. So, wir haben einen Referenten. Wir haben einen Referenten. Wir haben, also Entschuldigung, Gesetzentwurf der Landesregierung. Hochschulzulassungsstaatsvertragsgesetz. Wir haben einen Referenten. Wir haben keinen Redner, keine Abstimmungsempfehlung und keine Zielrichtung. Es ist ja eine Überweisung, von daher Abstimmungsempfehlung, Zustimmungsüberweisung. Das kriegen wir noch hin. Die restliche Kritik ergibt sich dann in der Rede. Leute, ich habe so viel um die Ohren im Moment, ich weiß gar nichts im Moment. Ich möchte das kurz erklären, warum das gerade bei Staatsverträgen immer ein Problem ist. Weil Staatsverträge werden über Monate und Jahre zwischen den einzelnen Landesregierungen ausgekungelt. Manchmal wird die Bundesregierung mit einbezogen. Und erst wenn alles komplett fertig ist, kommt das hier wie ein großer Haufen Dinge auf den Tisch. Und wir sollen uns innerhalb einer Woche damit befassen. Das ist bei jedem Staatsvertrag so. Ich empfehle da den Staatsvertrag zum Beispiel zum Schuldnerportal der Länder. Der hatten wir genau drei Tage Zeit vorher, den uns durchzulesen. Die 400 Seiten plus Add-ons. Und das wird hier mal wieder sehr ähnlich sein. Also da bitte jetzt nicht dem Einzelnen sagen, Hörerhütze aber und Referenten und überhaupt. Nee, das System an sich ist Käse, wie das hier läuft. Ist ein ähnliches System wie bei CETA und TTIP. Verhandlungen irgendwo hinter geschlossenen Türen. Ergebnis abnicken oder sterben. Kack-System. Oder wie Daniel sagen würde, an der Stelle sind krank. Jo, bleibt trotzdem das Problem, dass wir einen Redner brauchen. Und Joachim macht, okay. Dann warten wir da noch auf eine Zielrichtung. Herr Gumblinger, schreiben Sie sich das bitte auch auf Ihren Zettel. Vielen Dank. Elftens, Gesetz zur Regelung des Jugendstrafvollzugs und zur Änderung der Vollzugsgesetzes. Der Vollzugsgesetzes. Entweder des oder der Vollzugsgesetze. Es heißt wahrscheinlich des Vollzugsgesetzes in Nordrhein-Westfalen. Ein Gesetzentwurf der Landesregierung. Klick, 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 klick. Einbringung ohne Debatte. Wir haben einen Referenten und wir haben eine Abstimmungsempfehlung, nämlich Überweisungszustimmung. Zwölftens, Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Kurorte im Land Nordrhein-Westfalen und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften. Ein Gesetzentwurf, uh, endlich mal von wem anders. Der SPD und von Bündnis 90 die Grünen. Ohne Debatte, umgekehrtes Verfahren also. Überweisung an den Ausschuss für Kommunalpolitik und AGS. Das ist ein Gesetzentwurf, wird zweimal gelesen hier im Landtag. Ach, ja, Gesetzentwurf, stimmt, Entschuldigung, natürlich. Also erste Lesung ohne Debatte. Frank. Ja, das kann man auch schon aufklären, weil das wird in der Dezember-Sitzung wiederkommen. Wir haben uns dazu bereit erklärt, ausnahmsweise einem sehr verkürzten Verfahren zuzustimmen. Weil es geht um eine wirklich sehr kleine Kleinigkeit, dass einer Stadt im Lippischen genehmigt wird, dass sie eine Kurtaxe auch ortsteilbezogen ansetzen kann. Ein sehr spezieller Wunsch, weil das ja eine recht große Gemeinde ist. Die hat auch Gemeindeteile an der Autobahn, wo jetzt ein Hotel steht, was Kurtaxe bezahlen muss. Und das sind eigentlich andere Gäste, die da wohnen. Ja, insofern ist eine Gefälligkeit der SPD und Fraktion Bündnis 90 Die Grünen für dieses spezielle Problem und dieses Gesetz geändert. Wir haben uns gesagt, das leuchtet irgendwie ein. Gegenteilige Probleme, die sich woanders ergeben könnten, sind nicht bekannt. Und dass wir dann auch dem verkürzten Verfahren zustimmen. Und nach jetziger Lage soll das im Dezember direkt schon zur zweiten Lesung abgestimmt werden. Das wird aber im Ausschuss auch nicht behandelt. Und es gibt auch Sachverständige, die kommen an Spitzenverbände, die sich auch dazu äußern. Und die es bisher alle sehr positiv sehen. Gut, also erste Lesung ohne Debatte. Überweisung in den Ausschuss. 13. Streckungsfonds der Landesregierung soll steigende Energiekosten im kommenden Generationenaufbehörden ohne im. Nordrhein-Westfalen benötigt mehr Marktwirtschaft in der Energiepolitik statt schuldenfinanzierte Schattenhaushalte. Super Titel. Ein Antrag der FDP ohne Debatte. Das ist jetzt ein umgekehrtes Verfahren. Überweisung in den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk. 14. Änderung der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen. Ein gemeinsamer Antrag aller Fraktionen, wie letzte Woche besprochen, ohne Debatte. 15. In den Ausschüssen erledigte Anträge, 16 Beschlüsse zu Petitionen, beides ohne Debatte. Ende 23.40 Uhr. Ich hoffe, ihr habt alle ein Hotelzimmer. Donnerstag. Achso, gibt es bis hier für Mittwoch noch? Nein. Donnerstag. Erstens. Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2017. Haushaltsgesetz 2017. Es geht weiter. Mit einer Ergänzung und der Finanzplanung bis 2020 und dem Gemeindefinanzierungsgesetz und einer weiteren Ergänzung. Es geht weiter mit Einzelplan 05. Ministerium für Schule und Weiterbildung in Verbindung mit einem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen. Gute Schule 2020. Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung haben wir hier. Jetzt gucke ich einmal auf meinen Plan. Die anderen reden zur Information Moni getrennt. Einmal über den Einzelplan 05 und einmal über Gute Schule 2020. Super, super Referent, macht super Redevorbereitung. Zweitens. Einzelplan 03. Jetzt springt es hier ein bisschen auf der Liste, aber okay. Ministerium für Innes und Kommunales in Verbindung mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Hier haben wir Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung. Die anderen, lieber Frank, reden getrennt. Einmal über den Einzelplan 03 und einmal über das Gemeindefinanzierungsgesetz. Nur damit du Bescheid weißt. Deswegen lese ich es ja vor. So, Einzelplan 07 ist der nächste Punkt. Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport. Das ist dieses bunte Ministerium, was man auch an den Farben im Pad sieht. Die anderen reden getrennt für Familie, Kinder, Jugend, für Kultur und für Sport. Daniel redet zu Familie, Kinder, Jugend und Lukas redet zu Kultur und zu Sport. Gut. Abstimmungsempfehlung haben wir. Zielrichtung fehlt hier noch. Ah, okay, Entschuldigung. Lieber Daniel, du darfst. Lieber Michel. Ja, Lukas ist leider nicht da. Ich hoffe, dass wir uns irgendwie noch absprechen können. Ich hätte natürlich gern etwas mehr als fünf Minuten für den wesentlichen Part des Einzelplan 07, nämlich Familie, Kinder und Jugend. Naja, auch vom finanziellen Volumen. Die beiden anderen sind da halt angehängt. Deswegen hat das Ministerium auch so viele Buchstaben. Also ich würde halt gern ein bisschen mehr als fünf Minuten dazu reden und den Part Kultur und Sport vielleicht etwas kürzer halten. Aber ich werde mich da mit Lukas verständigen und wir werden sicherlich eine vernünftige Lösung hinkriegen. Ich denke so an sieben Minuten oder irgendwie sowas. Das wird reichen. Gut. Grumpy, du schreibst bitte fehlende Zielrichtung und gibst das weiter. Vielen Dank. Und in dem Zusammenhang, also wenn ihr dann da zwischendurch eine Lösung habt über die Zeiteinteilung, dann sagt uns schnell genug Bescheid, weil wir ja spätestens morgen die Rednerliste ja übermitteln müssen. Wobei die Reihenfolge steht ja fest und die Zeiten müsst ihr ja dann untereinander. Alles klar. Gut. Ich muss mal eben korrekt formulieren. Das heißt in dem Fall unsere Zielrichtungen. Es müssen ja drei sein. Gut. Gibt es bis zu dem Punkt Fragen? Danach kommt wie immer die Gesamtabstimmung und so weiter und so weiter. Gut. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Zweitens. Echtes G9 ermöglichen. Schulministerium muss jetzt mit den Vorbereitungen zur Umsetzung beginnen. Ein Antrag der CDU. Warum auch immer. Eine direkte Abstimmung, wir haben Referent, Rednerin, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung. Zielrichtung. Drittens. Taskforce Recht auf Bildung einrichten. Ein Antrag der FDP. Auch in direkter Abstimmung, wir haben Referent, wir haben Redner. Keine Abstimmungsempfehlung, keine Zielrichtung. Aber Moni am Knopf. Ja, das ist ein Antrag zum Thema Integration. Ich hatte gestern mit Simone gesprochen, sie wollte sich nochmal mit Marie abstimmen, heute nochmal mit mir sprechen. Jetzt ist sie nicht da, ich weiß nicht. Auf jeden Fall wollen wir uns da noch einmal entweder, ob wir das ablehnen oder uns möglicherweise enthalten. Aber das würde ich gerne nochmal mit Simone klären wollen. Redet Simone eventuell auch? Nein. Das ist geklärt. Es geht nur darum, dass ich da nicht irgendwas sage, wo der alles aus dem Gesicht fällt, der Simone. Das macht irgendwie Sinn. Gut, gibt es da Fragen zu? Und die Abstimmungsempfehlung kommt dann auch noch von euch. Vier. Es kommt von der FDP, ja. Mich jetzt auch. Gut. Vier. Zu Aktivitäten und politischen Initiativen der Landesregierung im mittelbaren und unmittelbaren Zusammenhang mit der Bertelsmann Stiftung, ihren Tochtergesellschaften, ihren Gesellschaftsanteilen und mit ihr verbundenen Initiativen, Einrichtungen und Personen, sowie der Bertelsmann, SE und Co. KGAA, ihren Tochtergesellschaften, ihren Gesellschaftsanteilen und mit ihr verbundenen Initiativen, Einrichtungen und Personen. Eine große Anfrage der Fraktion der Piraten. Referent viele, finde ich gut. Joachim redet. Es gibt keine Abstimmung, von daher brauchen wir keine Abstimmungsempfehlung. und eine Zielrichtung, die könnten wir eigentlich rüber kopieren. Ihr werdet miteinander reden und das klären. Ja, das wird wahrscheinlich doch viel mehr reden. Auch gar keine Frage. Haben wir ihn ja nicht. Gut. Gut. Wir sind jetzt bei Top 4 wieder. Auch wenn wir bei Top 3 gerade eine, ich sage das nochmal für den Stream, da hat gerade jemand in das Pad geschrieben und wir waren verwirrt, dass da plötzlich statt Ablehnung Zustimmung Schrägstrich Enthaltung stand. Wir werden das klären, wie vorhin gesagt. Wir sind wieder bei Top 4. Es gibt keine Abstimmung, also gibt es keine Abstimmungsempfehlung. Die Zielrichtung kann man da von der großen Anfrage hin kopieren, ohne Abstimmung hinzuschreiben. Ist keine Zielrichtung, aber vielleicht kriegen wir das auch noch hin. Herr Grumplinger, Ihre Aufgabe. Vielen Dank. Fünftens. Die Mietpreisbremse fortentwickeln, Schutz vor ungerechtfertigten Mietforderungen verstärken. Ein Antrag von Rot-Grün in direkter Abstimmung. Wir haben einen Referent, einen Redner. Wir enthalten uns, ist zumindest die Abstimmungsempfehlung und wir haben eine Zielrichtung. Sechstens. Den Worten Taten folgen lassen. SPD-Landesparteitagsbeschluss zum Luftverkehrskonzept auch im Landesentwicklungsplan umsetzen. Ein Antrag der CDU in direkter Abstimmung. Auch hier Referent und Redner eingetragen. Abstimmungsempfehlung ist Enthaltung und wir haben eine Zielrichtungserklärung. Sieben. Nach Verbot des Netzwerks, die wahre Religion, Nachfolgeorganisationen rechtzeitig in den Blick nehmen und radikale Moscheevereine überprüfen. Ein FDP-Antrag in direkter Abstimmung. Hier haben wir einen Referent stehen und einen Redner, wobei mich dieser Redner wundert. Frank, ich bin von Simone gefragt worden, ob ich dazu rede und habe zugesagt. Habe mich dann aber auch nicht weiter gekümmert, muss ich ehrlich sagen. Bin dann gestern zu einem Termin gefahren. Keine Ahnung, warum? Weil es um was? Ja, Entschuldigung, ich habe Moni gesehen, ich habe Grumpy gesehen. Also ich habe mich jetzt gemeldet, damit nicht wieder etwas passiert, wie beim letzten Mal, wo plötzlich wir alle da gesessen haben und Kopf geschüttelt haben und es haben sich plötzlich einige enthalten und da ging es ja um ein ähnliches Thema. Deshalb würde ich an dieser Stelle tatsächlich darum bitten, dass du uns kurz erklärst, warum wir das ablehnen, worum es da genau geht und was der Hintergrund ist. Ja, ich habe mich auch gemeldet. Ja, genau dazu und auch genau aus diesem Grund hätte ich mich auch jetzt gemeldet oder habe mich gemeldet, weil das ist die Fortsetzung der Lease-Debatte, habe ich auch schon geschrieben. Beim letzten Antrag der FDP-Fraktion, der ja dann ein fast gemeinsamer Antrag von allen geworden ist, war das deswegen, weil die Aktion, die ja in der Zwischenzeit stattgefunden hat, da schon am Horizont war. Und ich sage mal so, jetzt kann man es offen sagen, ich glaube, dass die regierungstragenden Fraktionen der FDP das nicht gönnen wollten, dass sie in ihrem damaligen Antrag halt das Verbot von Lease fordert und dann passiert es halt ein paar Wochen später durch den Bundesinnenminister und deswegen ist das dann dieser gemeinsame geworden. Ich war damals schon dagegen, weil ich dachte und auch nach wie vor denke, dass es nicht Aufgabe des Landtags ist, solche Verbotsanträge zu machen. Dafür gibt es halt die Exekutive, die nennt sich halt Innenminister. Hier geht es jetzt darum, FDP wieder will jetzt halt die Nachfolgerorganisationen, will Religionspolizei spielen, Moscheevereine überprüfen und geht wieder halt auf Organisationen ein, die halt schon im Verfassungsschutzbericht stehen und befeuert meiner Meinung nach damit halt eine Debatte, die wir nicht brauchen, weil die wenigen Radikalen, die es gibt, die stehen im Fokus. Dazu braucht es keinen FDP-Antrag. Wir müssen uns vielmehr damit beschäftigen, dass wir die Muslime, die hier leben, die ihre Religion ausüben, als normale Mitbewohner und Mitmenschen hier wahrnehmen und nicht durch solche Anträge hier, ja, und Religionspolizei und sowas verunsichern. Meine Meinung dazu. Deswegen müssen wir sowas ablehnen. Doso, wolltest du? Also ganz abschließend, es wird auch keinen gemeinsamen Antrag in irgendeiner Art und Weise geben. Das ist alleine FDP jetzt hier. Doso, wolltest du, sonst sage ich, warum ich... Gott. Ich hatte mit Simone darüber geredet, weil ein Großteil des Antrags sich damit beschäftigt, wie... Also es geht um Moscheevereine und es geht um diese religiöse Vereinigung, die wahre Religion. Und es geht darum, was machen wir, wenn wir den einen Verein verbieten und der nächste gründet sich. Also im Grunde genommen, gerade aufgrund dieser Überwachung der Moscheevereine ist das dann doch eher, also zumindest in meinen Augen ist das ein sehr religionslastiger Antrag, wo man einfach auch mal darüber reden könnte, ob man Religionen verbieten kann oder ob man nicht, was übrigens auch in dem Antrag steht, weswegen ich auch mit Ablehnung nicht ganz zufrieden bin. Je nachdem, was in der Rede vorkommt. Der dritte Teil der Beschlussfassung fordert eben, dass man Wegweiser ausbaut und dass man grundsätzlich Präventions- und Aussteigerprogramme ausbaut, wobei Wegweiser da als Beispiel genommen wird. Und das ist im Grunde genommen das, was wir fordern, nämlich, dass Prävention ausgebaut wird und dass nicht immer nur die Maßnahmen gegen die Vereine ausgebaut werden. Und ja, trotzdem geht es um Prävention und die Frage ist eben, ob man in einer Rede relativ kurz darstellt, dass sich Glauben nicht verbieten lässt, sondern dass man eben tatsächlich entsprechende Finanzierung für Prävention für diese Radikalisierung oder gegen diese Radikalisierung fordert. Weil sonst kommt bei der Debatte das raus, was beim letzten Mal rausgekommen ist. So, dann Frank. Also, ganz wichtig, es geht hierbei gar nicht um Religion. Es geht hierbei niemals um Religion. Es ist auch völlig egal, ob das christlich, islamisch, Spaghetti-Gott, was weiß ich auch immer ist. Irgendwer nimmt dieses Label, um damit seine Art von Gesellschaftsordnung durchzusetzen, wo er an der Spitze steht. Nichts anderes. Deshalb ist es völlig egal, ob wir irgendeiner Religion da auf die Finger klopfen oder auch nicht. Das hat damit im Endeffekt gar nichts zu tun. Das ist nur das Label. Deshalb macht es auch keinen Sinn, den Glauben von Menschen beeinflussen zu wollen. Also, Religion verbieten macht ganz wenig Sinn in dem Zusammenhang. Was richtig Sinn machen würde, ist, die Mechanik, wie das hier funktioniert, zu kontrollieren und zu verbieten. Und zwar völlig egal, ob das jetzt ein sogenannter muslimischer, salafistischer Hintergrund ist, ob das ein rechtsradikaler Hintergrund ist, was auch immer. Wenn man mit Aussteigern redet, stellt man fest, dass die Mechanik, die dahinter steht, bei allen Leuten, die sich radikalisiert haben, gleich ist. Immer. Und es geht tatsächlich darum, da ganz, ganz viele Stellschrauben zu benutzen. Und ja, diese Nachfolgeorganisation zu verbieten, ist sinnvoll. Aber das ist halt, wie Frank sagt, exekutives Handeln und nicht parlamentarisches Handeln. Und gerade die Geschichte mit Nachfolgeorganisationen ist in unseren Gesetzen extrem weitläufig geregelt. Das kann man halt machen. Das ist auch da gar nicht so besonders schwierig. Man muss sich da nur dran begeben. Und man darf sich nicht selber Beinchen stellen, indem man diese Organisation mit Stasi-ähnlichen Mitteln erst unterwandert und sich da selber konterkariert und dann Teil der Organisation wird. Hat das Bundesverfassungsgericht vor etlichen Jahren beim NPD-Urteil festgestellt. Diese Schnellschutzmentalität funktioniert halt genau nicht. Hier ist tatsächlich einfach exekutives Handeln der Innenministerin gefragt. Das hat beim letzten Mal gut geklappt, hat nur zu lange gedauert. Kann jetzt wieder genauso laufen. Funktioniert übrigens komplett ohne die FDP. Und nein, lass uns bitte nicht über Religion an der Stelle diskutieren. Die ist nur Label und Aufhänger. Die Mechanik dahinter ist das, was wir bekämpfen müssen. Danke. Was Toso sagt, mit Religion hat das nichts zu tun. Das würdest du auch an den Rednern feststellen, die sich dazu melden werden. Prävention ist das Thema, was hier ansteht. Das ist das, was wir im Innenausschuss behandeln. Dir sollte auch bekannt sein, dass wir gerade eine große Anhörung zu dem Thema gemacht haben, dass wir einen eigenen Antrag zum Thema Prävention draußen haben, was da in der Beschlussempfehlung als Punkt 3 angehängt ist, so damit man noch den Schein hat. Es geht ja jetzt nicht nur um gegen Muslime. Das ist halt auch so, wie es da drin steht. Nicht das, was wir unterstützen. Natürlich zivilgesellschaftliche Organisationen. Das ist das, was wir die ganze Zeit haben wollen. Dass die unterstützt werden, was sie von der Landesregierung nicht werden bisher. Wegweiser ist von der Sache von den einzelnen Mitarbeitern okay. Aber das Programm Wegweiser kritisieren wir auch, seitdem es das gibt, weil es nämlich am Verfassungsschutz angedockt ist. Und nicht ein eigenständiges Deradikalisierungs- und Aussteigerprogramm. Das ist unsere massive Kritik. Insofern könnten wir den Punkt 3, so wie er da beschrieben ist, auch nicht zustimmen. So, und dann möchte ich gerne wissen, was ist das letzte Mal passiert? Also ich weiß, dass unterschiedlich abgestimmt wurde. Das war nicht in Ordnung. Aber was ist da jetzt sonst, vielleicht kann Moni das jetzt gerade sagen, was da noch mitschwingt vom letzten Mal? Ja, das hat jetzt auch was damit zu tun, was ich mir wünschen würde. Da ich, ich drücke es mal so aus, es uns nicht immer gelingt, in 5 Minuten die Dinge so darzustellen, wie wir das gerne möchten, würde ich darum bitten, dass wir vielleicht zu diesem Antrag einen Entschließungsantrag stellen, der nochmal ganz deutlich unsere Position aufzeigt, damit wir nicht Gefahr laufen, wieder in der Presse zu stehen, als diejenigen, die hier in irgendeiner Form, sag ich mal, irgendwelche Leute unterstützen. Also, wie gesagt, da ich mir nicht sicher bin, dass uns das immer gelingt, wenn wir reden, wäre es gut, wir würden das halt in so einem Entschließungsantrag nochmal sehr deutlich machen, wo wir da stehen. Fände ich gut. Gut, ich drücke es mal so, also ich finde erstens wirklich gut, dass wir jetzt eine politische Debatte haben, das sollten wir öfter haben in der Fraktionssitzung, aber sei es drum. Ich bin halt gegen ein Verbot der Organisation in dieser Form, ich habe mich inzwischen auch gegen ein NPD-Verbot positioniert, selber positioniert, weil ich einfach sehe, dass das Verbot des Netzwerks nichts bringt, wie man jetzt in diesem Fall sieht. Da verbietet man die eine Aktion, hat man gemacht und eine Woche später stehen die unter einem anderen Namen wieder auf der Straße. Jetzt kann man natürlich, ja, ich habe mich durchaus mit dem Thema beschäftigt, lieber Toso, jetzt kann man natürlich das machen, was die CDU hier fordert, nämlich, dass man mit allen zur Verfügung stehenden rechtsstaatlichen Mitteln den Aktivisten entgegentritt, um eine Fortsetzung der Aktivität durch mögliche Nachfolge- und Ausweichorganisationen zu vermeiden. Oder man kann eben das fordern, was wir fordern, nämlich die Initiativen zu unterstützen, die Präventivarbeiten und die Aussteigerinitiativen unterstützen und so weiter. Man kann natürlich auch beides machen, man kann das eine verbieten, immer wieder verbieten, verbieten, verbieten und auf der anderen Seite Prävention fordern, aber es ist eben auch schlauer, meiner Meinung nach zumindest, wenn man eine solche Beobachtung da tatsächlich vornimmt, auch wie das hier gefordert wird und wie es nun mal auch in der Realität im Moment vorkommt, wenn man weiß, wen man beobachtet und wenn man nicht immer wieder die versprengten einzelnen Aktivisten sich zusammensuchen muss und beobachten muss. Gerade diejenigen, die noch nicht so bekannt sind und noch nicht so tief drin sind und die sich dann immer weiter in so eine Szene begeben können. So, und von daher, ich bin nicht für diesen Antrag, das will ich überhaupt nicht sagen, aber wir müssten eben eine Position klar machen und wie Moni das sagt, vielleicht schwierig innerhalb von fünf Minuten, ohne dass man hinterher hier wütende Anrufe hat von Leuten, die sagen, wieso seid ihr jetzt auf einmal für die Salafisten. Das müssen wir halt irgendwie hinkriegen und das ist, glaube ich, ein gutes Ziel. Vielleicht ist dieser Entschließungsantrag tatsächlich das geeignete Mittel. Ich habe Daniel, dann habe ich den Frank, den Olaf und den Toso. Also, keine Hand oben. Jetzt hat er den Finger oben. Also ja, der Punkt ist ja, glaube ich, tatsächlich der, dass diese letzte Debatte um Lies, sagen wir mal, für uns nicht so richtig gut gelaufen ist. Also unsere Strategie, ja, Punkt. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Antrag einen ähnlichen Impact irgendwie erzeugen kann, weil er eben kein gemeinsamer Antrag der anderen Fraktion sein wird. Gleichwohl kann man natürlich gerne irgendwie das, also unsere Positionierung in einem Entschließungsantrag darlegen. Schwierig insoweit, weil ich hier durchaus unterschiedliche Meinungen halt höre. Ich sehe keine, ja, ich sage mal, kein gemeinsames Ziel oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht. Formell oder technisch frage ich mich, weil ich es jetzt zweimal gehört habe. Das ist ja quasi Arbeit des Innenministers, Innenminister handeln und der macht das schon. Da habe ich, glaube ich, sowas sogar gerade rausgehört. Da habe ich natürlich schon Schwierigkeiten mit. Also ich meine, der Innenminister, den wir hier haben, ist halt der schlechteste aller Zeiten. Und das ist schwierig, weil davor war Dr. Wolf Innenminister. Also wir können doch als Landtag sehr wohl dem Innenminister irgendwas ins Hausaufgabenheft schreiben. Das ist hier auch eine der wesentlichen Aufgaben, die wir als Parlament haben. Also das ist irgendwie so ein Argument, wenn das ein wesentliches Argument für oder gegen Zustimmung oder nicht Zustimmung ist, dann habe ich damit einfach Schwierigkeiten, weil das ist Unfug. Also wir können sehr wohl dem Innenminister sozusagen Anregungen mitgeben. und sollten das dann auch tun oder tun das ja auch in anderen Bereichen. Das jetzt als Gegenargument gegen diesen Antrag zu bringen, weiß ich nicht, finde ich irgendwie schwach. Ansonsten aber, was die Verbote angeht, ich glaube, Toso wird das nochmal deutlicher dann auch ausführen. Ja, so Verbotsverfahren oder Verbote dann am Ende haben natürlich schon Sinn, weil die Strukturen zum Teil eben zerschlagen werden, zum Teil werden finanzielle Strukturen nicht zerschlagen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ja, du hast aber gerade in dem Zusammenhang hast du gesagt, da sprichst du dich auch gegen NPD-Verbot aus. Das ist einfach ein Riesenunterschied und eigentlich tatsächlich ziemlicher Bullshit. Ja, ganz genau. Also da sollten wir die Dinge auch nicht miteinander irgendwie verwursten. Wer jetzt hier am Ende dazu redet, ist mir egal, ich bin nicht da bei dem Tagesordnungspunkt. Also hier geht es ja echt drunter und drüber. Das ist schon heftig. Also Daniel, Impact hast du gesagt, erwarte ich hier auch gar nicht, weil es ist tatsächlich und es wird ein Einzelantrag von der FDP bleiben. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand drauf springt. Insofern ist das was ganz anderes als das letzte Mal. Das Thema Aufgaben und wer für was zuständig ist und was wir haben wollen und wer Aufträge erteilt. Also ganz klar, es gibt Gründe, warum halt eine Organisation verboten werden sollte, kann, was auch immer. Im Fall Lies ist das nach den Unterlagen, die wir kennen, auch gerechtfertigt, dieser dahinterliegende Verein, dass der verboten wurde. Da sind wir auch dafür, also bin ich dafür gewesen, nach den Unterlagen, die bekannt sind. Gleichwohl hängt die Latte, wer wann, wofür ein Verbot verhängen kann, gerade im Bereich Partei und auch im Bereich Religion, doch sehr, sehr hoch, weil wir da bestimmte grundsätzliche Freiheiten im Grundgesetz verankert haben. Und da ist halt ganz genau dieser Punkt, wann da irgendwelche Beweise und Belege ausreichen, mag ich als Landtag, als Abgeordneter hier nicht zu beurteilen. Vielleicht im Ergebnis eines Untersuchungsausschusses irgendwie mal, nachdem man alles Mögliche gesichtet hat und Sachverständigen vernommen, was der Kuckuck war. Aber auf einen Antrag hin, sorry, da maß ich mir nicht an, die Beweise geprüft zu haben, ein Verbot zu fordern. Das war halt ganz genau das letzte Mal auch der Grund, wo ich sagte, nein, das ist nicht unser Job. Und genauso wenig ist es hier unser Job, einen Auftrag für ein Verbot quasi zu fordern. Finde ich nicht in Ordnung. Wir haben dafür Stellen, das ist im Gesetzesrahmen so vorgesehen. Dafür gibt es eine Zuständigkeit beim Innenminister. Der muss das vorlegen. Und wenn das dann vorgelegt ist, wenn die Beweise da sind, dann muss er sich entscheiden. Das ist auch sein Job, beziehungsweise im Fall von bundesweit tätigen Vereinen ist es der Bundesinnenminister und nicht unserer hier. So, dieser ganze Kontext bringt mich halt dazu, das erstmal abzulehnen. Insofern ist halt ein Punkt, Michelle, so wie du es eben gebracht hast, Organisationen nicht verbieten. Also sowas darf man in dem Zusammenhang hier überhaupt nicht fallen lassen, weil das wäre möglicherweise Unterstützung. Das würde ausgelegt werden in der Unterstützung. Es geht hier nicht um Verbot, es geht hier tatsächlich um Prävention. Das ist das, was man in den Vordergrund rücken muss. Das ist unser Punkt. Das habe ich auch letztes Mal gesagt. Ich habe übrigens Presseartikel wahrgenommen, die das sehr differenziert dargestellt haben, was wir wollten. Nämlich die haben ganz genau meine Begründung, dass es nicht die Aufgabe des Landtags ist, hier zu entscheiden. Das haben die übernommen. Ich kenne andere Presseartikel nicht, die irgendwas, was auch immer Schlechtes gesagt haben. Ihr sagtet eben, das wäre nicht so gut gelungen. Da wäre ich dankbar, wenn ihr mir dazu noch was zeigt, was da Negatives berichtet wurde. Ich habe das so nicht wahrgenommen. Und ja, ich kann nur noch mal sagen, der Punkt ist nicht Religion, der Punkt ist Prävention, was hier in den Vordergrund gestellt gehört. Und jetzt bin ich, glaube ich, fertig. Ja, bei ein paar Sachen wundere ich mich. Also erstmal, ich bin bei dir. Ich würde den Antrag auch ablehnen, wobei ich die Begründung eben nicht so verstehe. Denn was machen wir, wenn der Innenminister auf Ewigkeiten schläft? Dann ist es eigentlich Aufgabe des Parlamentes, genau das zu tun. Nämlich ihm zu sagen, was er zu tun hat. Ob das jetzt das Richtige ist, was da steht, was die FDP hier fordert, ist eine ganz andere Frage. Aber deswegen kann ich nicht sagen, also ich würde dich auch bitten, bring das nicht in der Rede, wenn du dazu redest. Weil das fände ich doch ein bisschen skurril, weil dann dürften wir es auch demnächst nicht mehr machen. Irgendwas sagen, liebes Ministerium, tu doch mal. Das ist eine Sache, das kann die regierungstragende Fraktion so sagen. Das ist Aufgabe unseres Ministers und so, so, bla bla bla. Aber das ist für eine Oppositionspartei völlig daneben. Dann kann sie nämlich demnächst nicht mehr solche Anträge stellen. Und das ist die einzigste Möglichkeit, die wir hier haben. Wie gesagt, ich sehe es auch auf jeden Fall. Ich würde den Antrag auch ablehnen. Was ich jetzt allerdings auch hier skurril fand und deswegen habe ich mich eigentlich auch zu Wort gemeldet, ist hier diese Frage mit dem Verbieten und danach existiert sie wieder. Also keiner kommt auf die Idee, jetzt die Mafia zu legalisieren, nur weil sie auch existiert, obwohl sie verboten ist und auch immer wieder kommen wird, egal wo ich sie zerschlage. Also das ist nicht die Frage von einer Verbotsfrage oder nicht. Ich kann jetzt trotzdem dafür sein, dass die NPD nicht verboten wird, allerdings aus ganz anderen Gründen. Da gibt es zum Beispiel auch so Überlegungen, ob ich nicht vielleicht eine legale, in Anführungsstrichen, Organisation besser überwachen kann, als wenn das Netzwerk sich im Untergrund befindet oder so. Aber das sind andere Fragen, die kann ich an der Stelle stellen, aber nicht auf die Frage hin, es wird sowieso wiederkommen. Also es gibt irgendwo, klar, es gibt Überlegungen immer mal wieder in Sachen lohnt es sich, das zu verbieten. Aber an der Stelle finde ich das ziemlich daneben, sich darüber Gedanken zu machen, dass sie ja wiederkommen. Ja, es wird diese Leute geben und man muss ihnen das Leben schwer machen und man muss ihnen das Leben so schwer wie wirklich machen. Was mich eben auch an diesem Antrag sehr, sehr stört, ist, dass es eben nur von einer Seite kommt. Ja, es geht hier jetzt wieder und jetzt sind wir wieder bei dem Label. Ja, das Label ist sowohl auf der einen Seite als auch von der anderen Seite genutzt. Ja, das heißt, sowohl die Religionsfaschisten verstecken sich hinter dem Label, als aber auch die Leute, die jetzt diese Religionsfaschisten vermeintlich angreifen. Die verstecken sich auch irgendwie hinter dem Label, denn von Deutschfaschisten steht hier nichts in dem Antrag und die sind für mich genau dasselbe, die sind genauso schlimm zustimmen. Und wenn man das mal zusammenpacken würde und dagegen zusammen argumentieren würde, dann könnte ich dem Ganzen auch zustimmen. Und dann ist es eben auch nochmal eine andere Sache, da ist aber jetzt hier ja schon von mehreren gesagt worden, es ist kein Antrag der regierungstragenden Fraktionen. Das heißt, der wird ja wahrscheinlich eh nicht die Mehrheit bekommen. Von daher werden wir gar nicht so sehr im Fokus stehen, egal wie wir uns dazu verhalten, wie bei dem Antrag, der wirklich von allen anderen Fraktionen getragen wurde. Danke schön. Anschließend an Olaf, selbstverständlich muss man solche Läden dicht machen und verbieten. Es kostet die jedes Mal Zeit, Geld, Manpower, jedes Mal gehen Leute verloren, jedes Mal gehen Strukturen verloren, jedes Mal kostet die das richtig, richtig viel Geld, Laptops, allen möglichen Scheiß. Das macht denen das Leben als Terrororganisation richtig schwer. Und das müssen wir wirklich so schwer wie möglich machen und dementsprechend geht es um diese Verbotsgeschichten gar nicht drum herum. Nächster Punkt. Ja, selbstverständlich müssen wir den Innenminister aufrufen, irgendwas zu tun, wenn er es verpennt. Aber genau jetzt gerade, wo die Innenminister der Länder und des Bundes den ersten Laden verboten hat und jetzt direkt am zweiten an der Nachfolgeorganisation wirklich dran sind und das ist direkt in der ersten Pressemitteilung, als der Laden verboten worden ist, die ursprüngliche, genannt worden, dass man jetzt auch direkt gegen die Nachfolgeorganisation vorgehen will. Genau jetzt müssen wir den Innenminister nicht aufrufen, weil das macht keinen Sinn, weil es schon rausgekommen ist, ja da sind wir dran. Das ist nur Show und Polemik. Das macht gerade zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt keinen Sinn. Und klar müssen wir den Innenminister aufrufen, wenn er was verpennt. Passiert ja oft genug. Es wird aus dem Verfassungsschutzgericht zitiert. Genau. Wenn man da nicht darüber reden, der verpennt war. Genau. Ja, sag ich, Frank, Frank. Ja, wenn er was verpennt, immer. Go. Aber genau an dem Punkt verpennt er es gerade nicht. Das ist genau der falsche Punkt. Stellen wir uns doch dahin und sagen, wir haben jetzt die FDP genau den Punkt erwischt, wo der Innenminister außerhalb der anderen hat. Genau. Der eine Punkt von 100. Wir haben 99 andere Punkte. Diese Organisation, die sich immer noch parteischimpft, die Rechte, die ist eine Nachfolgeorganisation vom NWDO. Das verpennt er seit vier Jahren, dahinterher zu karten. Solche Sachen muss man aufs Tableau bringen. Aber doch nicht hier genau das, wo Sie jetzt gerade dran sind. Was Tose und Frank sagen, wie immer. Aber ich möchte mal aus der Pressesicht, wir haben das beim letzten Mal versucht, sehr differenziert aufzustimmen. Und tatsächlich ist es einer Zeitung gelungen, das genau so darzustellen. Da sind wir richtig gut weggekommen. Und das ist ganz klar unsere Fanzeitung, die Rheinische Post gewesen, die uns da sehr differenziert und genau eigentlich auch als einzige perfekt wiedergegeben hat. Das hat uns auch irritiert, deshalb sind wir darauf aufmerksam geworden. Dass dann ein paar Tage später Falschmeldungen dazu kamen, hat uns auch irritiert. Aber das war, verstehen wir nicht. Es ist sicherlich nicht einfach. Und ich glaube, dass das, was wir hier haben in der Diskussion und auch die Vielschichtigkeit in den verschiedenen Ebenen, die wir hier haben, in der ganz kurzen Rede halt schwierig darzustellen sind. Ich glaube, dass wir es irgendwie begleiten müssen, wenn wir es so machen, wenn wir das rausgeben in der Form. Aber die Vielschichtigkeit einer solchen Entscheidung hier im Landtag kannst du in zwei, drei Minuten und in drei Sätzen in einer Pressemitteilung nicht rausgeben. Das heißt, wir müssen ohnehin damit rechnen, dass uns Leute vielleicht auch gewollt falsch verstehen. Und das nicht zu unserem Gunsten ausmachen. Egal, was wir hier machen, egal welche Entscheidung, egal was ihr redet, wird es Leute geben, die euch vielleicht da einen Strick drehen. Da könnt ihr gar nichts gegen tun. Ihr könnt die beste Rede, die beste Idee haben und trotzdem wird irgendjemand uns vielleicht auch gar nicht erwähnen und so weiter. Verrückter Scheiß, ja, ja. Wir haben hier alle richtigen Argumente gehört. Und wo mein Schwerpunkt liegt, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und die Presse wird eh da draus machen, was ihr jeweils gefällt, was dem jeweiligen Chefredakteur gefällt. Gut, ich noch ein letztes Mal. Ja, tut mir leid, Kai, musst du halt mit leben. Und zwar nur kurz zu dem, was der Olaf gerade gesagt hat. Und zwar, natürlich verbietet man die Mafia nicht als Ganzes, als Organisation. Natürlich ist das im Grunde genommen grundsätzlich eine verbotene Organisation, weil sie offensichtlich kriminelle Handlungen vornimmt. Das ist ja das Problem bei den Vereinsverboten, das ist, oder auch bei einem NPD-Verboten. Man muss ja eben nachweisen, dass es Gründe dafür gibt, dass verboten wird. Ich will jetzt meine Position gar nicht weiter verteidigen. Ich glaube, der Toso hat dazu gerade was gesagt, gerade auch was die Rechte angeht und den NWDO angeht. Ich würde fast den Antrag stellen, Toso soll dazu reden, weil er sich, glaube ich, da so in Rage reden kann, dass das niemand mehr falsch verstehen kann, lieber Mario. Aber sei es drum. Ja, mit einem runtergezogenen Augenlied. Danke. Lange Rede, kurzer Sinn. Vielleicht sollte man, auch wenn man sich jetzt die Diskussion anguckt und die Debattenbeiträge hier anguckt, gar nicht so sehr auf den Antrag eingehen, sondern tatsächlich zwei, drei Sätze zu unserer grundsätzlichen Präventionshaltung sagen und von mir aus sogar zu diesem, der Innenminister muss Dinge tun, aber gar nicht so sehr auf diesen Antrag eingehen, der ja nur sehr auf den FDP-Antrag von vor drei Monaten abhebt und sehr, zumindest in dem Prosa-Teil, darauf abhebt. Wir haben es euch schon immer gesagt und so weiter. Ich glaube, dann kommt da was Gutes bei raus, was auch die Fraktion in Mehrheit vernünftig repräsentieren kann und was dann hoffentlich nicht im Mund umgedreht in der Presse dargestellt wird. Ja, soweit. Gibt es noch Wortmeldungen zu diesem Thema? Sonst käme ich jetzt, nein, sonst sage ich noch, bei der Zielrichtung fehlt mir ein Satz, der mehr ist, als das die Fortsetzung der Release-Debatte und ein Presselink. Vielleicht kriegen wir da noch ein, zwei Sätze hin, auch aus der Debatte jetzt. Dann komme ich zu achtens. Ehrliche und offene Evaluation kriminalpolitischer Maßnahmen ermöglichen, Kriminalitätsstatistiken reformieren. Ein Antrag der Piraten, eine Überweisung an den Rechtsausschuss, Referent haben wir hier. Eine Debatte gibt es nicht, umgekehrtes Verfahren und wir stimmen der Überweisung zu. Zielrichtung ist eingetragen. Neun. Erinnerungskultur würdigen. NS-Gedenkstätten und Erinnerungsorte in Nordrhein-Westfalen sind herausragende Partner der historisch-politischen Bildungsarbeit. Ein rot-grüner Antrag in direkter Abstimmung. In direkter Abstimmung. Kein Referent, kein Redner, keine Abstimmungsempfehlung, keine Zielrichtung. Doso. Ja, ob das Michel oder ich reden, müssen wir uns noch verständigen, haben wir bis jetzt nicht getan. Referent ist selbstverständlich Gerd. Zielrichtung ist, dieser Antrag geht darauf ein, dass von der CDU jetzt schon mehrfach gefordert worden ist, die Gedenkstätten für Flucht und Vertreibung infolge des Zweiten Weltkrieges prominenter darzustellen, besser zu unterstützen. Und in der Debatte im Hauptausschuss ging es dann oftmals auch darum, NS-Gedenkstätten und Erinnerungsorte müssten genauso unterstützt werden. Wir waren zuletzt ja mit dem Hauptausschuss in einem Vogelsang. Ja, Vogelsang kann ich jedem nur empfehlen, die Gedenkstätte dort mal zu besuchen und einen Rundgang zu machen. Es ist sehr erschlagend, im positiven wie im negativen Sinne. Es ist eine Sache, auf die wir immer nur wieder hinweisen müssen, ob dieser Antrag jetzt das Richtige ist, müssen wir mal schauen. Aktuell tendiere ich schon zur Zustimmung, müssen wir aber nochmal im genauen Gespräch mit allen Beteiligten aus dem Hauptausschuss dann klären. Weil wir miteinander reden, bevor wir Entscheidungen verkünden. Ja, das ist korrekt. Ich weiß nur nicht, warum dieser Antrag jetzt Hauptausschusssache sein soll. Der ist nun wirklich sehr weitgehend und fordert über mehrere Ressorts die Gedenkstätten Arbeit. Das ist halt ein bisschen schwierig. Also da kommen auch Schulen drin vor und Schüler sollen bitte unterstützt werden. Jeder Schüler soll eine Gedenkstätte besuchen im Laufe seiner Schulzeit und so weiter. Ja, können wir machen, ressortübergreifend. Aber ich habe mich deswegen da nicht eingetragen, weil ich tatsächlich die Hoffnung hatte, dass irgendeiner sagt, Mensch, das ist irgendwie Denkmalschutz oder irgendwie sowas und freut sich da total. Ja, du weißt, was ich meine. Gut, dann reden wir darüber doch im Hauptausschuss. Schade, Schokolade. Machen wir das. Dann kommen wir zum Eilantrag 10. Tioch abschalten. Eilantrag der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 94 Grünen. Um es mit Erdogan zu sagen, man sollte sich nicht in die innenpolitischen Angelegenheiten anderer Länder einmischen. Aber gut, da wir uns jetzt nicht so auf Erdogan beziehen. In unserer Politik haben wir hier eine Referentin, einen Redner. Wir stimmen dem Ganzen zu und unsere Zielrichtung ist eingetragen. Drei Viertel des Jahres haben wir Westwind hier in Mitteleuropa. Welche innenpolitischen Belange werden da betroffen? Warte, ich muss kurz brechen gehen. Auf jeden Fall der Absatz an Jodtabletten. Habt ihr jetzt geklärt, was Westwind ist, woher dann der Wind weht? Ah, okay. Gibt es dazu? Nein, gibt es nicht. Dann kommen wir zu Fragestunde Elftens. Zwölftens. Haben wir überhaupt Fragen, Grumpy? Sind noch welche über? Ach, mündliche Anfrage haben wir ja. Es gibt neue mündliche Fragen, in diesem Fall von der CDU, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Genau. Die Preisliste? Die Preisliste? Ja, ja, ja. Hugendubel. Keine Ahnung. Gut. Zwölftens. Bundesminister Maas muss unverzüglich sämtliche Umsetzungsdefizite der Wohnimmobilienkreditrichtlinie beseitigen. Ein Antrag der CDU. Sind die nicht irgendwie in der Bundesregierung? Na, egal. Direkte Abstimmung. Referent, Redner. Ja, ist SPD-Minister. Da muss man draufhauen. Bald ist Bundestagswahl. Der Oliver redet. Sofern kein anderer möchte, möchte jemand anders? Nein? Der Oliver redet. Der Nico meldet sich. Ja, der, wenn ich das richtig gesehen habe, meldet da ja ein bisschen Beratungsbedarf an. Ich versuche mich mit ihm da noch abzustimmen, weil das, ja, hat durchaus unterschiedliche Aspekte und der Hinweis, dass das ins Verbraucherrechtliche, rechtspolitische reinreicht, ist ja nicht ganz, ähm, nicht ganz falsch. Thorso? Allerdings muss man der CDU hier tatsächlich wirklich vorwerfen, wenn es um die Sache gehen würde, gäbe es eine Überweisung. Gibt es aber nicht. Gibt nur direkte Abstimmung. Also die Sache an der Stelle. Dafür ist dieses Thema viel zu komplex. Ich verweise auf den letzten Satz, dass es im Grunde genommen um die Zustimmung zu einem rot-grünen Entschließungsantrag vom Oktober nochmal geht, nur umgedreht auf den Minister Schelte gegen den SPD-Minister im Bund. Inwieweit man daher eine Ablehnung entsprechend erklärt, müssen wir halt mal sehen. Wenn, Nico, wenn ihr da noch redet, dann gut. Dann kommen wir zum Punkt 13. Angebotsqualität, achso, Entschuldigung. Natürlich muss ich noch sagen, Abstimmungsempfehlung ist Ablehnung in Korrektur von Stefan und eine Zielrichtung ist eingetragen, wie gerade auch schon teilweise zitiert. 13. Angebotsqualität im kommunalen ÖPNV sichern, faire Löhne und Sozialstandards der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten. Das ist ein Antrag von Rot-Grün in direkter Abstimmung. Referentredner sind eingetragen. Wir stimmen dem Ganzen zu. Eine Zielrichtung dazu ist eingetragen. 14. Kommunale Ordnungsdienste qualitativ durch die Einführung eines Ausbildungsberufs stärken für mehr Sicherheit und Ordnung in unseren Städten. Der Antrag kann nur von der CDU kommen. Er ist ohne Debatte. Wir haben einen Referent. Wir haben eine Abstimmungsempfehlung. Zustimmung zur Überweisung. Keine Zielrichtung. Das ist im Antrag drin. Die Zielrichtung? Ach, keine Zielrichtung ist im Antrag. Okay. Das heißt, ohne Debatte, Zustimmungsüberweisung ist umgekehrtes Verfahren. 15. Viertes Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen. Ein Gesetzentwurf der Landesregierung in zweiter Lesung. Referent und Redner sind eingetragen. Wir werden uns enthalten. Und als Zielrichtung stehen wieder nur zwei kleine Sätzchen. Vielleicht kriegen wir das auch ein bisschen ausformuliert, sodass man weiß, was damit gemeint ist. Ich verstehe das ganz gut. Ja, ihr versteht das sehr gut. Aber wenn zum Beispiel die Presse hingeht und daraus was nehmen möchte und möchte daraus was passen. Das ist für uns. Wenn ein Journalist das nicht versteht. Nein. Es geht mir nicht um Journalisten. Es geht mir um die Transparenz, die wir herstellen wollten. Aber wir können das auch ohne machen. Das ist in Ordnung. 16. Gesetz zur Änderung des Landesbandgesetzes des Nordrhein-Westfalen. Ich meinte unsere Pressestelle, nicht die Presse. Ach so. Danke für die Korrektur. Danke für die Korrektur. Ich bin auch überrascht. Bitte. Nein, nein. Alles gut. Ich kann es weiter am Märchenblatt lesen. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich habe noch Witze drin. Heuwegelchen. Sag mal ruhig da hinten. Sechzehntens. Gesetz zur Änderung des Landesbandgesetzes Nordrhein-Westfalen. Ein Gesetzentwurf der CDU in Überweisung an den Innenausschuss. Referent eingetragen. Redner. Dirk oder Frank. Ja, ich hatte da gerade auch noch den Grumpy mit ins Dings geworfen. Du hast wieder rausgekommen aus dem Platz. Aber das geht um die Änderung entsprechend dieses Landesbeamtgesetzes, wo es um die Gleichstellung der Frauen geht, was von Rot-Grün beschlossen wurde. Wo Grumpy die letzten beiden Anträge entsprechend bearbeitet hat. Das Problem ist, ich finde auch, so wie die CDU, dass dieses Gesetz, so wie es von Rot-Grün beschlossen wurde, für bestimmte Teile der Landesbeamtenschaft schlicht und einfach scheiße ist. Deswegen finde auch ich, dass es geändert werden sollte. Grumpy hat die letzten beiden Anträge etwas ganz anderes gesagt. Nämlich das ziemlich genaue Gegenteil. Wenn ich mich da jetzt hinstelle und aus tiefster Überzeugung sage, ich finde dieses Gesetz schlecht und gebe der CDU recht, dann weiß ich nicht, ob das so gut ist. für unsere Außenwirkung. Könnt ihr gleich miteinander reden einfach? Hier klärt also den Redner noch ab. Und die Zielrichtung. Also das ist eine Überweisung, dann ist die Zielrichtung ergebnisoffen. Gut, dann schreibt ihr bitte auch die Zielrichtung da noch hin. 17. Also, was ich noch nicht gesagt habe, ist Zustimmungsüberweisung natürlich als Abstimmungsempfehlung. Willkommen in, wie heißt das? Wie heißt das? Weiß das jemand? Wo das Murmeltierfest gefeiert wird? Nein. Na ihr wisst, was ich meine. Was? Ja. 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 Wie kann sich das Gamze für das normale Lesen zum Glück noch keine Brille brauchen, aber dahinten würde ich dann schon anfangen, eine zu brauchen. Zum Glück habe ich es jetzt hier gerade bei mir auf. Können wir jetzt eben durch die Tagesordnungspurten, damit wir dann halt auch noch mal kurz sagen können, dass durch den Wegfall des Routerzwangs natürlich andere Geräte als die Billigplaster-Router der Deutschen Telekom empfehlenswerter sind und obendrein man von vornherein auch nicht gezwungen ist, Domain-Name-Server der Deutschen Telekom zwangsverpflichtet zu benutzen, sondern vielleicht freie DNS-Server des Chaos Computer Clubs. Von daher würde ich sagen, beginnen wir bei Freitag, dem 2. Dezember. Ja, genau, das können wir ja nachher auch noch rausgeben. Ich kann jetzt auch aufspringen, rausrennen und was entsprechendes dazu schreiben, aber ich mache jetzt erstmal die Tagesordnung fertig. Also, ich glaube, eins ist die aktuelle Stunde. Die schlechte Wirtschaftspolitik in Nordrhein-Westfalen droht, langfristig Zukunftschancen und Wohlstandsperspektiven zu verspielen. Ein Antrag der FDP in Verbindung mit dem Antrag der CDU. Neues Gutachten blickt mit Sorge auf die Wirtschaftslage Nordrhein-Westfalens. Gut, Tippfehler vielleicht. Landesregierung muss nun handeln, anstatt die Situation schönzureden. Das ist also die aktuelle Stunde. Wir haben hier entsprechend eingetragen einen Referenten, einen Redner. Es fehlt noch die Zielrichtung. Die Studie ist ja ver... CDU und FDP haben recht, aber aus den falschen Gründen. Ich denke auch mal, wir werden da die entsprechenden Kritikpunkte kurzfristig noch zusammentragen. Es ist ja erst am Freitag. Nächster Punkt. Zweitens. Angehörigen zu ihrem Erbe verhelfen und das Problem der nachrichtenlosen Konten löschen. Hierbei lösen. Entschuldigung. Nachrichtenlose Konten löschen. Verzeihung. Nein, lösen. Referenten. David Matthias, Redner Nico. Nico, Anmerkung? Ist das korrekt oder...? Ja, soweit korrekt, aber fehlt natürlich noch die Abstimmungsempfehlung. Genau, weil das direkt ist. Ich hatte... David war da dran. Ich hatte noch gebeten, dass Gunnar dazu sich noch äußert. Vielleicht steht das noch aus. Keine Ahnung. Und deswegen ist noch keine Abstimmungsempfehlung da drin. Das ist natürlich so ein Ding von Rot-Grün, um wahrscheinlich den Finanzminister da ein bisschen zu decken. Deswegen sehe ich das kritisch. Ich weiß noch nicht, ob wir dafür einen Entschließungsantrag brauchen. Eher unwahrscheinlich, dass ich da Zustimmung empfehle, sondern es wird wahrscheinlich eher auf Enthaltung oder Ablehnung hinauslaufen. Aber es hängt auch davon ab, ob wir einen Entschließungsantrag jetzt noch hinkriegen oder nicht. Vielen Dank, Nico. Sagt mir dann einfach noch kurzfristig dann eben Bescheid, damit wir das dann halt auch entsprechend nachhalten können. Aber es klappt ja. Dritter Tagesordnungspunkt. Städte und Gemeinden nicht im Stich lassen. Landesregierung darf Kommunen die Integrationspauschale des Bundes nicht länger vorenthalten. Integrationspauschale. Einen Antrag der CDU zur direkten Abstimmung. Hier sind bereits dran Nico, Michaelis und der Wolf. Eingetragen ist Toso. Ich schaue mal ganz vorsichtig, ob Simone nickt und sagt, es wurde genauso abgestimmt. Und es gibt für den Bereich der Zielrichtung eine Menge Sätze. Und links, ich werde da Toso nochmal dran erinnern, dass ein knackiger Satz ausreichend sein muss. Vierter Punkt. Unterhaltsvorschuss in Nordrhein-Westfalen. Alleinerziehenden... Abstimmungsempfehlung fehlt leider noch. Genau. Ich würde eher mal sagen, enthalten, weil das Controlling fehlt. Aber lass uns gleich nochmal mit Toso reden. Ja, wir tragen es jetzt mal ein und dann reden wir da auf jeden Fall heute Nachmittag nochmal drüber. Viertens. Unterhaltsvorschuss in Nordrhein-Westfalen. Alleinerziehenden helfen, Rückgriffsquote steigern, Kommunen entlasten. Der Tippfehler wurde entfernt. Ein Antrag der Fraktion der CDU mit Überweisung in Verbindung damit. NRW muss im Bundesrat den drohenden Kommunalkollaps durch die geplanten Änderungen des Unterhaltsvorschussgesetzes verhindern. Als Antrag der FDP zu einer direkten Abstimmung. Demzufolge nach Nico Michael ist es eingetragen. Unser Redner ist der Toso. Zu dem Antrag der CDU gibt es bereits die Zustimmung zur Überweisung. Es fehlt noch von Nico das und von Toso das Votum zur direkten Abstimmung der FDP mit der Zielrichtung. Auch hier werde ich die beiden nochmal daran erinnern, das schnellstmöglich rüberzureichen. Daniel. Ja, jetzt ist leider Toso nicht da. Ich werde das im direkten Gespräch auch nochmal mit ihm klären. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass sowohl CDU und FDP da eher so einen kommunalpolitischen Part draus machen. Das ist aber okay für mich. Denen geht es halt tatsächlich nicht um die Familien, sondern um die Kommunen. Das kann man halt so werten, aber in Wirklichkeit geht es halt eben bei der Veränderung des Unterhaltsvorschussgesetzes darum, den Familien zu helfen. Das schreiben die auch irgendwie in ihren Anträgen, aber da ist eine merkwürdige Gewichtung hinsichtlich eben des kommunalen Ausgleiches. Für mich ist das okay. Für mich ist es auch okay, wenn Toso dann eben im Rahmen der kommunalpolitischen Sprecher vermutlich da reden wird. Ich bin natürlich mit dabei. Kleiner Hinweis am Rande. Wir haben dieses Thema im Ausschuss Familie, Kinder und Jugend auf die Tagesordnung gebracht. Haben auch darüber offen diskutiert. Und die beiden haben da jetzt halt einen kommunalpolitischen Antrag letzten Endes rausgemacht. Finde ich eigentlich ein bisschen schade, aber nun gut, ist dann halt so. Also Toso und ich, das war der Eingang. Wir sollten auf jeden Fall nochmal drüber reden. Gegebenenfalls Olaf natürlich. Ganz kurz nur, Toso, wir sind jetzt gerade bei Top 4 am Freitag. Nur kurz zur Erläuterung. Ich habe jetzt hier noch auf der Rednerliste den Olaf, den Nico und eventuell den Toso. Naja, ich weiß gar nicht mal, ob das so falsch ist, was die CDU und die FDP hier macht, weil das ist es im Prinzip. Es ist eines der Gesetze, die jetzt durch die Presse gehen und wo ich wirklich das absolute Kurzen kriege und zu viel kriege über die auch die scheiß Berichterstattung. Es wird so getan, als wenn gerade dieses Gesetz mit den Alleinerziehenden jetzt den armen Kindern hilft. Jetzt muss man ganz klar sagen, den armen Kindern hilft es nicht einen Pfennig. Und zwar wird das Geld, was sie dort bekommen, direkt der Mutter, wenn sie Hartz-IV-abhängig ist, der Mutter auf ihr Hartz-IV-Geld angerechnet. Weil sie sind ja nun mal schließlich, da sie mit der Mutter zusammenwohnt, eine Wirtschaftsgemeinschaft. Dieses Geld hilft nur und ausschließlich den Kindern, die es in dem Zusammenhang sowieso schon besser haben. Jetzt nicht falsch, dass es dort geschieht, aber genau da ist ein ganz großer Haken. Und die, bei den armen Kindern, davon profitieren dann die Kommunen. Das muss man ganz klar sagen, weil die Kommunen jetzt aus gewissen Zahlungsverpflichtungen diesen Kindern gegenüber raus sind. Und dieses Geld, zum Beispiel Kosten der Unterkunft, was von den Kommunen gezahlt wird, wenn ein Mietanteil mitbezahlt wird beim Hartz-IV, wenn es da drunter fällt und so, gewinnen die Kommunen dadurch Geld. Und somit ist es richtig, das ist auch mal wieder so ein Gesetz, was den Kommunen Geld bringt. So ähnlich wie der Mindestlohn, wo ich auch nicht gegen bin. Aber er hat auch einen ganz großen Teil der Menschen gar nichts gebracht, weil sie weiterhin zum Hartz-IV-Amt gehen müssen. Aber die Kommunen haben eine ganze Menge Geld dadurch gewonnen. Für Wuppertal weiß ich, sind es ein paar Millionen. Das ist für so eine Stadt natürlich viel Geld. Und von daher finde ich das nicht falsch. Natürlich war das vorhin ein bisschen zynisch gesagt, aber dadurch, dass die CDU und die FDP das genau in die Richtung bringen, könnte man da vielleicht auch mal aufdecken, dass da auch eine gewisse Verlogenheit von den Regierungstragenden oder auch von der Regierung in Berlin dabei ist, wenn sie gerade tut, als wenn dieses Gesetz den armen Kindern hilft. Denn denen hilft es nämlich eben überhaupt nicht. Es hilft den Kindern aus der Mittelschicht, da wo die Mutter eine Arbeit hat, dort, wo die Mutter arbeitslos ist und auf das Hartz-IV-Geld angewiesen ist. Die haben nicht einen Cent mehr dadurch. Dadurch ist nur die Kommune entlastet. Und von daher sollte man das vielleicht auch genau in die Richtung drehen und dort die Argumentation bringen. Vielen Dank, Olaf. Nico. Ich kann dir, Olaf, zumindest insofern zustimmen, dass CDU und FDP da tatsächlich einen Punkt haben. Deine Begründung konnte ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Insbesondere nicht den Punkt, das würde den Kommunen irgendwie helfen. Da kann Tose vielleicht noch was zu sagen. Das ist natürlich genau nicht so. Es ist genau andersrum. Es ist genau so, dass die Kommunalhaushalte damit höchstwahrscheinlich gegen die Wand gedrückt werden. Ja, also wenn da irgendwie jetzt im Raum stehen sollte, ja, aber zumindest die Kommunen haben was davon, streicht das aus allen Gehirnen? Das ist definitiv falsch. Wir hatten dazu eine Anhörung zum Ergänzungsband jetzt bei den Haushaltsberatungen. Da hatten wir die Kommunalen Spitzenverbände da und auch die Frau Schneckenburger, jetzt von der Stadt Dortmund, ehemals grüne MDL, die gesagt haben, Katastrophe. Ja, das ist ein Sprengsatz für die kommunalen Haushalte. Und was hier stattfindet, da gebe ich dir auch recht, Olaf, das ist halt ein Verschiebenbahnhof, aber nicht zugunsten der Kommunen, sondern zulasten der Kommunen. Und es stimmt, also das mit der Hartz-IV-Regelung stimmt, aber die Kommunen bleiben ja dann trotzdem draufhängen, weil die zahlen das ja. Also das ist linke Tasche, rechte Tasche. Und ich habe es ja selbst beim letzten Plenum, hatte ich es ja selber angesprochen, bei dem Ding Autobahnprivatisierung, da habe ich ja darüber gesprochen, dass das hier alles zurückgeht auf den Bund-Länder-Beschluss. Und dass die da verschiedene Sachen zusammengepackt haben, den Länderfinanzausgleich, die Autobahnprivatisierung, die jetzt scheinbar vom Tisch ist, Gott sei Dank, vorerst, sagen wir es mal vorsichtig so, und auch Unterhaltsvorschuss. Und jetzt kommt die spannende Geschichte da rein. Und deswegen ist dieser Antrag auch von CDU und auch von der FDP wahrscheinlich gestellt, dass da bestimmte Finanzierungsabsprachen, die im Rahmen dieses Beschlusses vielleicht inoffiziell getroffen wurden, jetzt natürlich nicht mehr gelten, weil dem Bund jetzt Kohle fehlt, die ja durch die Autobahnprivatisierung vielleicht in seiner Finanzplanung eingerechnet hatte, jetzt aber erst mal verzichten muss. Und jetzt kommt natürlich die Frage auf so, was passiert denn jetzt mit diesem Versprechen erster, erster Unterhaltsvorschuss? Wer trägt das? Wer finanziert das? Und wir sollten uns schon um den Punkt kümmern, auch wenn, und da hast du recht, Olaf, es hier bei deren Anträgen nicht um das Kindeswohl geht. Hier geht es einfach darum, auf der einen Seite, oder hier geht es denen darum, sich sozusagen als Übervater für die kommunale Familie aufzuspielen, und zu sagen, so, wir sorgen hier für euch Kommunen dafür, dass ihr nicht von Bund und von der bösen Frau Kraft gegen die Wand gedrückt wird, wo man natürlich auch von unserer Seite, das habe ich ja selber auch gemacht, ein Fragezeichen hinsetzen kann, hinter die Verhandlungsstrategie von Nordrhein-Westfalen und von Frau Kraft, wenn sie sich ins Plenum stellt und sagt, der Unterhalts, die Verlängerung des Unterhaltsvorschusses kommt zum 01.01.2017, aber die Finanzierung komplett offen lässt, und im Zweifel die Zeche die Kommunen zahlen müssen, weil Frau Kraft nicht in der Lage ist, zu verhandeln mit dem Bund. Also, am liebsten wäre man natürlich, wenn man da eine eigene Position noch zu einbringen könnte, wenn wir das schaffen, weiß ich nicht, aber so einfach drüber hinweggehen und sagen, alles gut, den Kindern wird geholfen, fände ich jetzt in der Tat schwierig, weil das ist damit nicht gemeint. Es geht hier um den großen Bund, Länder, Kommunen, Finanzhaushalt und Verschiebebahnhof. Das kann man in der Tat kritisieren, und da müssen wir auch sagen, das haben wir Ihnen ja gesagt, Frau Kraft, bevor Sie irgendwas unterschreiben, müssen Sie schon über die Konsequenzen klar sein, und das kann man hier in der Tat vorwerfen, dass sie das nicht gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand vor mir war. Nee, du hattest direkt die... Ich möchte das gerne einmal kurz, wenn die Zeit da ist, möchte ich das einmal erklären, um was es geht. Es geht hier darum, dass bis jetzt bei Alleinerziehenden, wo der jeweils andere Elternteil seinen Unterhaltspflichten nicht nachkommt, konnte der oder die Alleinerziehende bis jetzt Geld über die Kommune bekommen, diesen Unterhaltsvorschuss. Allerdings nur bis zum 12. Lebensjahr des Kindes. Das soll jetzt erweitert werden auf bis zum 18. Lebensjahr des Kindes. Damit tritt der Mensch dann gleichzeitig die Rückforderung an die Kommune ab. Allerdings sind diese Rückforderungen, irgendwo zwischen 80 und 90 % werden niemals befriedigt, sondern wirklich immer nur 10 bis 20 %, wenn es hochkommt. Meint also, dass derjenige, der jetzt für sechs Jahre weiter diesen Unterhaltsvorschuss finanzieren muss, eigentlich zu 80 bis 90 % auf diesen Kosten entsprechend sitzen bleibt. Das Ganze ist eine Regelung, die bundesgesetzlich ist. Dementsprechend müsste nach unserem Gusto selbstverständlich der Bund die Kosten übernehmen. Und hier haben sich die Länder inklusive NRWs, wie Nico das gerade gesagt hat, anscheinend mal wieder nicht gegenüber der schwarzen Null Herrn Schäuble im Bund durchsetzen können, weil der gesagt hat, können die Kommunen, die Länder, die müssen wir mit ins Boot holen, damit die Rückforderungsquote höher wird. Der logische Schluss erschließt sich mir nicht wirklich, weil das ist einfach dann hinterher eine Rechtssicherheit, da hat auch das Land nichts mit zu tun. Man könnte jetzt dem Land sagen, ihr müsst eure Sozialgerichte weiter ausbauen, bla 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 bla, ändert aber nichts daran, dass die Kohle nicht eintreibbar ist. Weil es geht nicht darum, dass diese Sozialgerichtsfälle zu lange dauern, es geht darum, dass die Leute, von denen man das Geld zurückhaben möchte, nichts in der Tasche haben. Da ist egal, wie gut ich meine Gerichtsbarkeit ausbaue, wo nichts ist, hole ich nichts. Ob ich da jetzt einzeln ankomme oder bin ich ein Bagger. So, dementsprechend geht es hier tatsächlich und allein nicht darum, den Kommunen wieder Sachen aufs Auge zu drücken, Kosten aufs Auge zu drücken, die sie in keinster Form zu verantworten haben, weil das ist Bundesgesetzbarkeit, die sie in keinster Form steuern können, weil auch eine Kommune regelt nicht, wie viele alleinerziehende Elternteile in der Kommune jeweils leben. Und drittens machen sich sowohl Land wie auch bunten, schlanken Fuß und sagen, ist ja eine Regelung, die gibt es schon, die erweitern wir nur ein bisschen, ist nicht konnexitätsrelevant. Das sehe ich ganz anders. Also eine Erweiterung von 12 auf 18 Jahre ist eine Erweiterung um 50 Prozent. Das ist meiner Meinung nach durchaus konnexitätsrelevant. Und ich hoffe, dass die Kommunen dagegen klagen. Und selbstverständlich muss der Bund das bezahlen. Das sind Sozialkosten. Da geht es gar nicht um irgendwas anderes. Ich habe fertig. Danke. Okay. Dann würde ich fast sagen, abschließend Daniel. Die Bank hat sich auch noch gemeldet. Ja, Toso hat das ja richtigerweise auch nochmal dargestellt. Und auch Nico, Olaf, die Statements sind halt tatsächlich alle gar nicht falsch. Ja, CDU und FDP machen halt jetzt, also die Zäuben, das fährt halt eben von der Finanzierungsseite her auf. Genau, dass die CDU so einen Anteil entsprechend stellt, ist mindestens bewundernswert. Ich habe mir sagen lassen, dass sie durchaus die Mehrheitsfraktionen in der Bundesregierung stellen. Aber gut, die werden natürlich irgendwas sagen. Ja, es geht ja darum, dass das Land da nicht richtig hinterher ist und so weiter und so fort. Also deswegen vorhin meine erste Wortmeldung dazu. Ich finde das halt von der Herangehensweise einfach falsch. Denn es gibt, also es gibt in dem Unterhalts, in dem geänderten Unterhaltsvorschussgesetz gibt es ja gute Punkte. Also dass die Kinder bis 18 dann zum Beispiel berücksichtigt werden. Das ist ja super. Ich fände viel wichtiger eben die Fragen und auch die Lücken, die Olaf ja gerade auch nochmal beschrieben hat, die halt eben auch zu thematisieren. Und nicht nur rein in diese Bund, Länder, Kommunen, Geldverschiebungsgeschichte reinzugehen. Also für uns ist doch der Ausgangspunkt klar. Der Bund macht ein neues Gesetz. Da greift halt eben die Konnexität. Punkt. Nee, es ist eine Erweiterung. Ja, ich sage für uns, für uns ist das klar. Natürlich ist das eine Erweiterung, aber auch eine Erweiterung, wenn halt eben die Aufgaben wesentlich erweitert werden, greift ja ebenfalls auch die Konnexität. Also wenn ich von 12 auf 18 und dann noch nicht, die Regelung sechs Jahre Maximum ist ja auch raus. Also ich weiß nicht, da kann man, glaube ich, nicht mal darüber streiten, ob das konnexitätsrelevant ist. Aber gut, die machen es irgendwie trotzdem oder lassen sich verarschen in Verhandlungen. Mir ist einfach nur wichtig, wir sollten diesen Punkt selbstverständlich beleuchten, also diese reine Finanzierungsfrage. Wir sollten aber auf jeden Fall in dieser Thematik uns vielleicht daraus nochmal so ein bisschen abstechen, dass wir einfach auch die Voraussetzungen eben aus Sicht des Kindes, des Kindeswohls, da nochmal benennen. Durchaus auch die guten Punkte, die das Gesetz macht, aber eben auch die Kritikpunkte. Ein letzter Punkt ist, ja, Toso hat gerade gesagt, man bekommt das Geld ja zum Teil halt eben nicht zurück oder zu dem großen Teil zurück. Die Forderung, die ja hier in dem CDU-Eintrag zumindest auch drinsteht, was so eine zentrale Rückholstelle angeht, die ist nicht ganz verkehrt, also Bayern ist da tatsächlich weit vorne. Das mag für uns alle irgendwie bemerkenswert sein und selbstverständlich bringt auch die CDU dieses Beispiel aus Bayern. Fachlich ist es aber nicht verkehrt, dass es eben da drin steht. Also so eine zentrale Rückholstelle oder wie die auch immer heißen mag, ist im Endeffekt gar kein ganz verkehrter Ansatz. Aber das ist nur ein Punkt von ganz, ganz, ganz vielen. Ich möchte halt, dass wir uns, dass wir das Kindeswohl da durchaus in den Vordergrund stellen. Vielen Dank, Daniel. Jetzt habe ich noch den, jetzt habe ich noch den Frank und dann den Olaf und dann würde ich gerne diesen Tagesordnungspunkt, der Plenartagesordnungspunkte beenden, zum nächsten weiterkommen. Frank. Ja, ich wollte nur ganz kurz zusammenfassen. Ich sehe hier, dass wir zwei Punkte haben und fände das super, die auch besonders sind und besonders zu beleuchten sind. Fände das super, wenn wir die halt in den Entschließungsantrag packen können, weil dann stehen wir nachher im Kommunalausschuss, weil es geht hier um Überweisung, nicht nur mit diesem dusseligen CDU-Antrag da, sondern haben halt noch eine eigene Ausrichtung. Und zu dieser Zentralstelle ganz kurz, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, finde ich, weil natürlich ist so eine Zentraldatei, ja und das hat halt immer zwei Seiten, so was. Ja, insoweit dazu und fände ich toll, wenn wir dann einen Entschließungsantrag hinkriegen. Olaf, bitte. Zu der Zentralen Datenbank nämlich eben auch. In Bayern wohnen die reichsten Menschen in Deutschland, von daher kriege ich da auch meiste Geld zurück, egal wie ich das organisiere. Die Wahrscheinlichkeiten sind einfach höher, dass jemand da ist, der auch Geld hat, dem ich das aus der Tasche ziehen kann. Egal, ob wir das jetzt, ja, die Frage ist jetzt die, egal wie sehr wir das mit der Konnexität sehen, ich verstehe die Argumentation, da ist allerdings so, es gibt hier zu der Frage, als die Sätze für die Kitas erhöht worden sind jetzt auf drei Prozent, da hat sich die Regierung auch die ganze Zeit hinter dieser Konnexitätssache zurückgezogen, hat gesagt, können wir nicht machen, weil die drei Prozent würden auch für die Kommunen gelten und die Kommunen haben auch immer gesagt, jo, wir würden sofort Konnexität schreien, wenn das passiert. Dann gibt es auf jeden Fall jetzt ein Gutachten, was das Ganze zumindest in Frage stellt, was die Sache nicht mehr ganz hundertprozentig konnexitätsrelevant sieht, sondern sagt, die Aufgabe wird geändert, die Höhe der Aufgabe wird geändert, aber das ist nicht eine neue Aufgabe und Konnexitätsrelevanz heißt eigentlich nur eine neue Aufgabe. So ist stets in diesem Gutachten drin. Ich habe jetzt das Gutachten zitiert und wir haben uns auch auf die Seite gestellt und haben gesagt, liebe Landesregierung, seid doch bitte so mutig, erhöht das bitte um drei Prozent. Wir haben selbst die Forderung hier in den Landtag eingebracht, diese drei Prozent Erhöhung zu fordern, bevor die regierungstragenden Fraktionen das gemacht haben und haben gesagt, dann seid doch bitte so mutig und wartet dann das Urteil ab, ob es wirklich konnexitätsrelevant ist. Das sollte man zumindest im Hinterkopf haben, wenn man jetzt auf die Konnexitätsrelevanz in die Gegenseite argumentiert. Das wird uns auf jeden Fall natürlich dann in der Richtung wieder entgegengeworfen, dass wir uns an der Stelle in die andere Richtung verhalten hatten. Vielen Dank, Olaf. Gibt es weitere Wortmeldungen zu dem Punkt? Haben wir denn eine Abstimmungsempfehlung, Toso, zu der direkten Abstimmung der FDP? Okay, dann ist es für Freitag. Okay, dann kämen wir zu Top 5. Keine geheimen Datensammlungen über Fußballfans, Kontrolle und Transparenz ermöglichen, Betroffene proaktiv informieren. Der Antrag von uns, den wir auch etwas länger diskutiert haben beim vergangenen Mal, Referentin ist eingetragen, Redner ist eingetragen, es handelt sich um eine Überweisung und es gibt eine Zielrichtung. Dann hat Daniel da eine kurze Wortmeldung zu. Ich stehe da drin natürlich im Pad, wenn Frank, auch wenn wir letzte Woche durchaus unterschiedliche Auffassungen hatten, wenn Frank natürlich sagt, das ist sein Thema, er möchte dazu auch reden und das ja auch weiter behandeln, ist das für mich in Ordnung. Ich rede selbstverständlich sehr gerne zu dem Antrag, aber ich will das nur in den Raum stellen. Musste auch jetzt nicht darauf reagieren, können wir auch nachher gleich machen und gegebenenfalls ändern. Ich will das nur sagen. Soweit okay, Frank? Okay. Dann danke Daniel. Top 6 am Freitag ist Polizeipräsenz im ländlichen Raum stärken, System der Kräfteverteilung sachgerecht fortentwickeln. Ein Antrag der CDU. Referenz steht, Redner steht. Hier steht Dirk. Ich gucke mal schnell rüber. Und es ist eine Zustimmungsüberweisung, denn grob unsere Zielrichtung fehlt momentan noch. Ja, es wird halt erst im Ausschuss debattiert, aber nichtsdestotrotz, vielleicht finden wir da ja noch einen Satz, Dirk, den wir dann da schon mal auch den Leuten mitgeben können, wenn sie gefragt werden. Oh, danke Dirk. Gibt es dazu weitere Fragen? Okay, gibt es nicht. Dann kämen wir zu Tagesordnungspunkt 7. Wohnsitzauflage sofort und ohne Einschränkung umsetzen. Antrag der Fraktion der FDP. Referententeam steht langjährig erprobt. Rednerin steht fest. Ebenfalls langjährig erprobt. Die Zielrichtung ist vielleicht ein bisschen ausufernd. Könnte man vielleicht auf einen Satz zusammenfassen. Ja, kann ich. Und das macht Simone eben. Ja, die haben den Schuss nicht gehört. Die kriegen jetzt Muffesau, sobald es einmal den offenen Brief gibt von ganz vielen Institutionen gegen die NRW-Wohnsitzauflage. Und auf der anderen Seite hat sich jetzt wohl auch die grüne Landespartei kritisch zur Umsetzung der Wohnsitzauflage geäußert. Und das müssen Sie den Antrag noch mal schnell nachschieben. Und dementsprechend bin ich da auch relativ kurz mit fertig am Freitag. Nur zu dem offenen Brief. Es gab jetzt auch einen offenen Brief vom Landkreistag, wo explizit genannt wird, dass die aktuelle Wohnsitzauflage, wie sie in NRW geplant wird und umgesetzt werden soll, vom Landkreistag als völkerrechtswidrig beschrieben wird. Landkreistag, das sind diese Linksextremisten, die immer mit uns paktieren und im Keller Bomben bauen. Ihr wisst das. Frank, bitte. Dann noch mal Simone. Ja, das ist genau ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich finde gut, wenn da auf jeden Fall noch mal darauf hingewiesen wird, dass hier der Anteil der Hartz-IV-Empfänger aus bestimmten Ländern Europas als Index zur Hilfe genommen wird, um einen Index zu bilden, wie die Menschen hier verteilt werden, in welchen Kommunen. Ich finde das unsäglich. Das ist absolut unsäglich und muss angeprangert werden. Es gibt Probleme dagegen zu klagen, wenn man nicht betroffen ist und so weiter. Und sofort lange Geschichte. Also ich finde das super, wenn das angeprangert würde noch mal. Ja, genau, danke, Frank. Die Betonung würde auf noch mal liegen, weil ich habe genau das auch mit dieser Quote auf Grundeinahme von den und dem Berechnungen in der letzten Rede schon gesagt. Ich habe eigentlich nicht vor, am Freitagnachmittag die ganze Rede noch mal vorzulegen, sondern eigentlich nur die neuen Aspekte noch mal reinzubringen. Vielleicht noch ein Hinweis, die NRW-Wohnsitzauflage, damit markiert sich Schmelzer als Hardliner der Integration. Es gibt keine härtere Wohnsitzauflage in der ganzen Bundesrepublik, als die, die NRW jetzt umsetzen will. Okay. Okay, soweit sind wir uns da tatsächlich auch wirklich gut und schlüssig und einig. Kommen wir dann zum letzten Tagesordnungspunkt am Freitag. Ich habe noch hier einen nachgeschobenen Änderungsantrag gleich für euch in aller Kürze. Kommen wir erst mal zu kurz zu Top 8. Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes und Kommunalpolitiker vor Übergriffen schützen. Als Redner ist eingetragen der Frank, als Referent ist auch da. Abstimmungsempfehlung ist Ablehnung. Und die Zielrichtung, ein wenig Populismus zum Wochenende, nicht mit uns. Wenn gewünscht, schreibe ich noch einen Satz dazu. Das wäre vielleicht nicht, also nicht jetzt, aber wie wir ja wissen. Ich kann mal kurz den ersten Satz vorlesen. Im Zuge einer zunehmenden Polarisierung des öffentlichen Klimas hat die Gewalt gegenüber Polizistinnen und Polizisten als Vertreter des Staates in den letzten Jahren zugenommen. Darüber hinaus auch gegen andere Bedienstete und so weiter. Die CDU macht sich große Sorgen, dass das Klima kaputt ist und dass immer mehr staatliche Bedienstete angegriffen werden. Sie kommt allerdings zu falschen Schlüssen. Sie möchte halt Fluchttüren und weitere Sicherheitsausrüstung für die Bediensteten und Alarmsysteme und so weiter und so fort halt haben. Taser habe ich jetzt nicht gefunden, aber vielleicht kommt das noch. Über die Ursachen machen sich leider keine Gedanken und das ist sehr schade. Darauf will ich eingehen. Vielen Dank, Frank. Dann würde ich ganz gerne mit euch noch mal kurz zurückspringen und zwar zu, also jetzt nicht in dem Dingen, sondern den Antrag eben aufrufen. Es gibt, wir haben intern einen Änderungsantrag zu Mittwoch Top 8. Ich sage es eben kurz mündlich, dass es geht um die Änderung des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten. Der Änderungsantrag liegt auch vor. Wir können den vielleicht mal eben, kannst du den aufrufen oder gerade schlecht? Ich kann dazu zwei Takte sagen, aber wir haben den jetzt tatsächlich gerade noch nicht parat. Dann würde ich sagen, mache ich das so nur dem Umlauf. Ich könnte ihn auch sogar in Stellvertretung für Daniel begründen. Ja, ja, genau. Ich kann das aber auch im Umlauf machen, weil es sich ja nur um, da oben, ganz oben, da ist er. Michel. Können wir das bitte so oder so im Umlauf machen? Der Antrag ist vor sieben Minuten per Mail gekommen. Ja. Den jetzt zu lesen, abzustimmen, tralala. Okay, dann mache ich das im Umlauf. Gar kein Thema. Also er ist tatsächlich sinnvoll. Guckt ihn euch in aller Ruhe an. Er ist in Rücksprache, auch mit Verbänden. Und ich habe auch noch einmal stellvertretend im Ausschuss Rot-Grün daran erinnert, dass sie diesen Punkt der Betroffenen in den Anstalten entsprechend, dass sie das noch mit reinnehmen. Sollten sie es nicht tun, haben wir halt unseren Änderungsantrag dann nämlich entsprechend parat, der nämlich genau einen sogenannten Richtervorbehalt, ich sage es jetzt nur einmal ganz kurz, entsprechend vorsieht. Nico. Ja, kurze Rückfrage dazu. Hat da Gerhard mal drüber geschaut, so formulierungstechnisch? Ja. Sagen wir da nochmal? Kann ich auch nochmal machen. Ja, jetzt beim kurzen Durchlesen, soll ich nennen, dann kommen wir bitte nach oben, Grumpy, so fünf Zentimeter. Nee, in dem Antrag. Ja, zum Beispiel der Termin der richterlichen Anhörung ist dem, also Absatz 2, der Termin der richterlichen Anhörung ist dem Patienten rechtzeitig mitzuteilen und jetzt, damit er seinen Rechtsanwalt, seinen Bevollmächtigen etwa in den Vertrauenspersonen benachrichtigen kann, weiß nicht, ob da so eine Finalität im Gesetzestext unbedingt Sinn macht, das kann von mir aus in die Begründung zu dem Absatz 2 rein, ja, aber wenn jetzt jemand keinen Anwalt hat und das Ziel nicht verfolgt, seinen Anwalt zu benachrichtigen, dann sollte er trotzdem rechtzeitig benachrichtigt werden, ja. Ja, also deswegen Gut, dann gehe ich damit gleich nochmal, also inhaltlich, glaube ich, sind wir uns da einig. Ich gehe damit auf jeden Fall auch nochmal dann gleich beim Gerhard vorbei. Olaf, wolltest du... Ja, ich wollte auch... Okay. Jedes Punkt und jeder Komma einmal von jedem. Ich glaube, dann sind wir am Ende dieser Debatte für die Erstellung der Tagesordnungspunkte. Jetzt habe ich hier noch was, Michelle, wenn ich noch kurz darf, reinbekommen, und zwar eine Aufstellung der Wünsche aller Überlegungen, was man zu Protokoll geben könnte. Das sind am Mittwoch, ich kann es abkürzen, die Tagesordnungspunkte drei bis elf. Ich sage eben kurz einmal öffentlich meine Grundhaltung diesbezüglich. Hier behandelt es sich um die Tagesordnung, also von dem Justizgesetz über das Ordnungsbehördengesetz, über die Förderung des Mittelstandsförderungsgesetzes, über das Landessubventionsgesetz, über die Industrie- und Handelskammern, über die Schutzmaßnahmen bei psychischen Kranken, über die Befristungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales und zwei zusätzliche Einbringungen der Landesregierung. In der ersten Lesung sind das alles zweite Lesungen. Ich würde sagen, eventuell bis auf die Befristungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales würde ich von vornherein ehrlich gesagt nicht zustimmen, dass wir die zu Protokoll geben, weil es sich allesamt um zweite Lesungen handelt. Bei den Einbringungen der Landesregierung in der ersten Lesung würde ich sagen, hätte ich kein Problem damit, weil wir dies dann später noch diskutieren könnten. Wenn wir eh schon die ganze Latte zu Protokoll geben wollen oder die anderen es zu Protokoll geben wollen, dann vermisse ich auch Top 2 das Landesgleichstellungsgesetz, was meiner Meinung nach im Rahmen dieser gesamten Gesetze ebenso zu bleiben, also wenigstens abzufragen wäre. Und was die Befristungen angeht, würde ich dann vielleicht noch einmal Frank und Dirk fragen, wo man das vielleicht machen könnte, weil bei vielen anderen Befristungen, wenn es um die Thematik geht, wurde ja ähnlich verfahren. Gibt es hierzu für mich als Empfehlung, ist das ungefähr auch das Votum, was die Fraktion mittragen kann? Frage ich euch ganz einfach mal. Michel. Ich würde darum bitten, das Einzelne abzufragen. Wenn es jetzt jemanden gibt, der sagt, ey, mein Thema, das ist echt nur ein Komma, das da geändert wird, dann ist das okay. Ansonsten, nein. Punkt. Okay. Also zweite Lesung wird nicht zu Protokoll gegeben. Soll ich das dann eben machen? Wir schlagen den Haushalt vor. Wir schlagen den Haushalt. Zweite Lesung. Zu Protokoll. Das wäre schön. Okay. Er sagt der Richtige. Gehen wir dann eben, wenn Michel nichts dagegen hat, dann frage ich das eben schnell einmal ab. Okay. Mittwoch, Top 3. Gesetz zur Änderung des Justizgesetzes. Zu Protokoll, nicht zu Protokoll. Nein, es geht ja nur darum, geben wir es zum Protokoll oder nicht zum Protokoll. Die Begründung, also wie gesagt, ohne dass wir das jetzt... Okay. Offen. Top 4. Drittes Gesetz zur Änderung des Ordnungsbehördengesetzes am Mittwoch. Jetzt echt nochmal zurück scrollen. Ja, es ist wirklich nicht da, der redet dazu. Das ist halt das Thema, dürfen Kommunen jetzt auch Blitzer aufstellen und kassieren? Nicht nur bei Geschwindigkeitsübertretungen, sondern halt auch für, was war es, Maßnahmen, Feinstaub und so weiter und so fort. Ja oder nein? Ist auch nicht der Burner wie alle Sachen, sonst wird das ja nicht vorgeschlagen. Wenn die Grundhaltung ist, zweite Lesung nicht zu Protokoll, dann müssen wir das halt auch durchziehen für solche Sachen. Michel, ich brauche eine Info. Auch von dir, Nico. Wenn das Gesetz der Änderung des Justizgesetzes in erster Lesung schon zu Protokoll gegangen ist und dann Überweisung, dann bin ich definitiv und gegen jedes, wir bringen hier Dinge zweimal zu Protokoll und dann ist plötzlich so ein Gesetz durch. Von daher die Frage, war das bei der ersten Lesung zu Protokoll oder wurde das gelesen tatsächlich? Also das wäre mir wichtig. Selbst wenn wir jetzt bei irgendeinem hier, wenn hier ein Redner sagt, hör mal, boah, nee, komm, keine Lust, gib zu Protokoll. Wenn das die zweite Lesung ist und die erste war schon zu Protokoll, sollten wir das nicht tun. Auf gar keinen Fall. Ja, dann fallen die schon mal raus. Ja, zack, Top 4 darf nicht zu Protokoll. Darf ich daran erinnern? Bitte, ja. Das war der Grund, warum ich das einzeln abfrage. Und wie gesagt, jetzt aus der Lameng heraus, sollten die einzelnen Abgeordneten, wenn sie es halt wissen, das eben vielleicht anmerken. Also bei Top 4 würde ich sagen, geben wir erstmal nicht zu Protokoll. Top 5 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung des Mittelstands, das Mittelstandsförderungsgesetz. Da haben wir Joachim eingetragen. Joachim, bitte. Ja, das ist eine Entfristung, das übliche Entfristung haben wir in den Sinn, in so einem Gesetz zu verstetigen. Wird aber darauf verzichtet, das nochmal zu überdenken. Wir haben zwar wesentliche Kritikpunkte. Die Clearingstelle sollte beim Parlament angesiedelt sein und nicht bei der Exekutive. Und wir haben in der Clearingstelle immer noch keinen Vertreter der Digitalwirtschaft. Ich habe dazu eine relativ kurze Rede, die die beiden Punkte nochmal bringt. Also wegen mir muss das nicht zu Protokoll gegeben werden. Besonders große Aktien habe ich da aber auch nicht drin. Okay, dann nehme ich das mal als Handlungsmasse mit. Sechs Gesetzesänderungen des Gesetzes über die Vergabe von Subventionen nach Landesrecht, Landessubventionsgesetz. Das ist auch so eine Entfristungskiste. Wäre auch eine Entfristung. Hatten wir auch gerade schon gesagt gehabt, ja. Dann hätten wir das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Industrie- und Handelskammern. Ebenfalls Joachim, ebenfalls Befristung. Wird grundlos auf 2018 verschoben, hatten wir ja notiert. Genau. Das kann man wahrscheinlich zu Protokoll. Eher das mit dem, also IHK ist nochmal der Punkt mit den Zwangsmitgliedschaften, die man da populär machen kann. Also weiß ich nicht. Finde ich auch eigentlich nicht ohne. Da sind Sie ja nicht zu Protokoll gekommen. Aber ich habe sehr kurze Reden. In einem Fall nur eine Seite. Also wenn die anderen sich dann auch auslabern wollen, bitte. Wir können unsere Punkte wesentlich, sehr knackig nochmal präsent machen. Okay, dann Toso. Würden sich diejenigen, die jetzt hier das als Verhandlungsgeschichte freigeben oder so, bereit erklären, mit Jaroslav zum Top jeweils ein kurzes Video zu machen, wo wir unser Statement klar machen, sodass wir das pünktlich auf der Webseite haben? Das fände ich als Mittelweg vielleicht ganz gut. Das Problem ist nur... Darf ich kurz daran erinnern, dass wir erstmal nur kurz über die Verfahren für mich sprechen, damit ich nachher handlungsfähig bin. Ideen, die so etwas können wir auch in meinem Abgang machen. Alle drei Tops, fünf bis sieben, in die Verhandlungsmasse nehmen. Am wichtigsten... Wozu wir verhandeln? Ja. Die wollen das nicht. Haushaltsbeiträge. Gut, also. Michels Ermerkungen habe ich ja auch schon mitgenommen. Das Mittelstandsgesetz ist schon zu Protokoll gegangen. Wir sind ja jetzt schon ein bisschen länger hier drin. Wir sind ja schon ein bisschen länger hier drin. Von daher, wie gesagt, das, was nicht debattiert wurde, ist eine alte Regel, die wir mal aufgestellt haben. Das, was noch nicht debattiert wurde, muss debattiert werden. Ja, das ist zu Protokoll gegangen. Und daher... Kämen wir dann zu den psychischen Krankheiten, zu den Schutzmaßnahmen. Meine Grundhaltung wäre, dass wir dazu sehr wohl debattieren. Allein aufgrund unseres eigenen Änderungsantrages. Gibt es da Einwände? Nein, aber ich möchte das natürlich verstärken. Ist auch zweitens nur eingebracht worden in der ersten Plenarsitzung. Und ansonsten bin ich irgendwie verwundert, dass wir darüber hier immer noch so diskutieren. Also ich meine, wir haben beim letzten Plenum haben wir irgendwie den Freitag gestrichen. Wir haben da Anträge auf dieses Plenum geschickt. Und hoch, jetzt sind alle überrascht, dass die Tage so lange dauern. Ey, ich kann nicht weiterreden, sonst sage ich unparlamentarische Begriffe. Zur Entschärfung möchte ich noch gerne beitragen, indem ich kurz hingehe und erwähne, wir selber haben uns da diszipliniert, haben weniger Anträge dieses Mal eingebracht, weil wir ja wussten, ob der langen Haushaltsberatung, ob der geschobenen Themen, dass es ein sehr volles Plenum wird. Tut mir dann leid für die anderen. So, dann würde ich trotzdem jetzt abschließend abfragen. Neuntes Gesetz zur Änderung der gesetzlichen Befristung im Zuständigkeit des Ministeriums für Inneres und Kommunales. Frank, das Thema hatten wir ja gerade schon. Auch hier sind es Befristungen. Du hattest ja ausgeführt. Ja, erste war eine Einbringung, die ist zu Protokoll gegangen. Also nach der Regel müssen wir darüber reden. Dann der Staatsvertrag für die Hochschulzulassungen, Top 10, ist ja nur eine neue Einbringung. Wie gesagt, da würde ich halt vorschlagen, dass es von mir aus gerne zu Protokoll gehen kann, seitens der Landesregierung. Und das gleiche für Top 11, Gesetz zur Regelung des Jugendstrafvollzugs. Gut. Ich gucke aber trotzdem gleich noch mal im Anschluss an die Sitzung nach, halte nach, welches in der ersten Lesung zum Protokoll ging und welches nicht. Und werde das dann entsprechend den anderen parlamentarischen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern mitteilen. Somit hätte ich meinen Nachmittag gut ausgefüllt, um das Pet zu füllen. Vielen Dank. Michelle? Michelle, kannst du wieder übernehmen? Psychische Krankheiten war auch nur eine Einbringung ohne Debatte. Hat Frau Kahn schon gesagt? Ja, Entschuldigung. Ich bin verwundert. Gut, dann haben wir die Vorbereitung der Plenarsitzung durch. Gibt es noch Wortmeldungen dazu? Das war Top 6 der Tagesordnung, Fraktionssitzung. Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Top 7, Open Antrag. Gibt es dazu was Neues? Und ich bitte, auf die Zeit zu achten. Wir haben jetzt sehr, sehr lange... Ach so, dann... Dann nein, schreibe ich beschickt noch was rum. Alles klar. Der große Bericht kommt noch, das wissen wir. Das wurde ja auch angekündigt für später. Aktuell sind wir mit einzelnen Abgeordneten im Gespräch. Gut. Aber die haben alle viel zu tun wegen des Haushalts. Gut. Gibt es was zu Top 7, Open Antrag? Das ist nicht der Fall. Gibt es etwas zu Top 8, Sonstiges im öffentlichen Teil? Nein, nein. Okay. Dann beenden wir hier mit dem... Mario. Ganz kurz, ich habe gerade... Dann beenden wir jetzt Mario. Ja. Machen wir gleich. Da ist der Wunsch der Vater des Gedanken, lieber Toso. Ich habe eine Einladung zu kommen zum Symposium, die Stunde der Demoskopen von der Philosophischen Fakultät der Heinrich-Heine-Uni. Die betrifft euch aber vielleicht auch. Wer möchte, kann am 2. März von 10 bis 17 Uhr bei dem Symposium dabei sein. Und nähere Infos gibt es von mich. Ihr dürft mein Plus Eins sein. Von mich? Nähere Infos gibt es von dich. Philosophpolitischer Sprecher ist ja ja auch nicht. Ja, anscheinend Demoskopie ist das Thema. Demoskopenpolitischer Sprecher. So, gibt es weitere... Augurus? Nee, hier Murmeltiergucker. 37 Prozent, immerhin. Die Gänse auf dem Kapitol. Korrekt. Wer weiß. Wer weiß. In Zukunft. Gibt es weiteres Sonstiges? Das ist nicht der Fall. Dann schließen wir hiermit den öffentlichen Teil. Wir verabschieden uns vom Stream jetzt ganz schnell, weil wir haben keine Zeit. Auf Wiedersehen, Stream bis nächste Woche. Tschüss, Dannebot. Tschüss, Dannebot. Gute Arbeit.